Dann gehen wir rein in dieses Jules Video, 32 Jahre Blizzard Entertainment, mittlerweile ist auch vor drei Wochen rausgekommen, das heißt man darf es gucken, ohne sich Angst und Sorgen machen zu müssen, dass man hier irgendwelchen Reaction-Content wegnimmt, also rein das, wird ein Banger, wird ein Fiebertraum. Ab aufs Laufband, oder? Warum kostet dieser digitale Kühlschrank sieben Euro? Warum schwebt diese Ziege in der Luft? Ein alles konsumierendes, schwarzes Etwas greift mich an, ein Drei-Stunden-Video über die Glitches von Fallout 76, Assassin's Creed, Assassin's Creed, und noch ein Assassin's Creed. Konami bringt ein Spiel raus, was nur aus einer Slot-Machine besteht. Battle Pass, Battle Pass, Battle Pass, Battle Pass, Battle Pass. Was habt ihr mit Mickey Mouse gemacht? Ich habe Pokémon auf jeden Fall anders in Erinnerung. 40 Stunden Kisten durch die Welt tragen Simulator. Bewerbung in einem Spiel, für das ich 60 Euro bezahlt habe. Spiel Crash, Error, Glitch. Spiel Crash, Error, CE 34878. Und jetzt geht mein ganzer PC nicht mehr. Was macht meine Nintendo Switch für Geräusche? Lootboxen, 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 Lootboxen. Kennen wir? Schlechtere Grafik als Spiele von vor zwei Jahrzehnten. Statement 1, Statement 2, Statement 3. Es tut uns so sehr leid. Entschuldigung vom Herzen. Wir haben uns verkalkuliert. Es tut uns so leid. We're sorry. 16 times. Ganze Listen von versprochenen Features, die am Ende doch nicht im Spiel gelandet sind. Game wird dreimal verschoben und kommt trotzdem Trash raus. Das selbe fucking FIFA. Jedes Jahr aufs Neue. Wer kauft dieses Spiel? Oh nein. 60 Dollar. Es ist wirklich... Das war nicht 60. Das waren wie 40. Aber das rechtfertigt gar nichts. Das ist legit jeder FIFA-Spieler jemals. Das Bild hier. Das selbe fucking FIFA. Jedes Jahr aufs Neue. Wer kauft dieses Spiel? Das ist jeder FIFA-Spieler jemals. Die fahren alle den gleichen Mercedes. Ähm... Was wollte ich sagen? Ja, das ist irgendwie krass generell die Ära der Games, in der wir uns befinden. Und der Remakes und der ausgeschlachten Franchises. Das ist kein Gaming-Phänomen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, Schatz. Aber wenn ich auch die Entertainment-Branche generell betrachte. Gaming wie auch Filme. Ich finde auch mittlerweile sowas wie Marvel. War früher so ein unglaubliches Wochen-Highlight zu gucken. Mittlerweile bist du überladen mit jedem Tag neuem Content an Marvel-Stuff. Einfach nur ein Beispiel zu geben. Wo du nicht mehr hinterher kommen kannst. Es fühlt sich alles auch sehr ähnlich an. Und überhaupt nicht mehr... Du kannst kein... Kein Verbundenheitsgefühl mehr aufbauen mit den Charakteren. Oder mit den Spielen, Charakteren. Was auch immer es sein mag. Und du wirst komplett vor den Kopf zugedröhnt. Mit irgendwelchen Franchises, die dich einfach nur auf Nostalgie-Basis abholen wollen. Das haben wir im Gaming auch extrem. So jemand, der... So ein Herr-der-Ringe-Game wie Gollum war halt terrible. Aber Herr-der-Ringe-Fans kaufen es trotzdem. Weil... Basically auch Nostalgie. Oder die ganzen Assassin's Creed, die FIFAs und so. Es ist so viel Scheiße. Aber davon viel. Und eine reine Masse. Dass wir... Wir brauchen mal wieder gefühlt frischen, neuen, kreativen Wind in der Entertainment-Branche. Und deswegen guckt der Tolkien-Loll auf Twitch. Denn ich mach jeden Tag was Besonderes Neues. Biel. Sixty Dollars. Es ist wirklich keine schöne Zeit. Oh mein... Ich hab so Angst, dass das Eldenring-DLC im Februar auch so wird. Gamer zu sein. Hello. Oh mein Gott. Und unter all diesem ganzen Müll von versprochenen Features, Pay-to-Win-Spielen und halbherzigen Releases, ergibt es eine Firma, die das Ganze über die letzten 30 Jahre auf die Spitze getrieben hat. Bleibt ein Weich, macht es euch gemütlich und hört dieser Geschichte zu. Das Jahr ist 1991. Ich war noch nicht im Leben und drei College-Typen entschieden sich dazu, eine Firma mit dem Namen Silicon & Synapse zu gründen, um Spiele zu entwickeln. To get my 10.000 dollars to start the company, I actually borrowed 15.000 dollars for my Grandmother. Was ein schrecklicher Name für eine Firma. Zwei Jahre später, ihr erstes Spiel kommt raus. The Lost. Könnt ihr euch das vorstellen, Chat? Ihr geht zu eurer Großmutter und liked euch 15.000 Euro? Oder Dollar? Alter, du redest mit ihr, ey, ich hab so eine Garage, ey, ich mach Videospiele. Alter, 15.000 Euro. Und das dann in 1991. Also, ich hab meine Eltern nicht überzeugen können, dass E-Sport jetzt cool ist. Imagine, so 15.000 Euro. Und das kriegst du actually. Wie reicht es die Großmutter, Alter? Also, für Videospiele auch. In der Zeit. Krass. Dieser Wikinger kann sein Schild als Kopfbedeckung tragen. Hier sind die Wikinger im Weltall. Hier sind die Wikinger in Ägypten. Und hier haben die Wikinger eine Band gegründet. Dann merkten die drei College-Typen selber, dass ihr Name ziemlich kacke ist und benannten sich um in Chaos Studios. Oh, der Name ist bereits belegt und oh, wir werden dafür verklagt, oh no. Dann lasst uns einfach im Wörterbuch jedes einzelne Wort abgehen und stoppen, wenn wir ein Wort finden, was super cool klingt. Und ja, tatsächlich, genau so entstand Blizzard Entertainment. Durch die mittlerweile ein paar mehr Leute im Team können wir nicht nur ein Foto machen, wo Sam eine helle Bade in der Hand hat, sondern auch einige Zeit später das Spiel Warcraft Orcs and Humans rausbringen. Mit einem damals noch sehr revolutionären Multiplayer. Das Spiel ist ganz schön gut. Wir haben jetzt auch deutlich mehr Geld und irgendwelche Leute in Anzügen wollen uns finanzieren. Und deshalb machen wir noch einen Teil. Und so kam ein Jahr später Warcraft 2 raus. Wartet, bis ihr mich im Einsatz seht. Alles sieht jetzt ein bisschen schöner aus. Okay, no joke. Die alten... Chat. Wer von euch im Chat hat damals die alten Vikings-Teile gespielt? Dieses Wikinger im Weltall. Das war ein Nintendo Gameboy Advance Game. Sogar gab es davon auch. Ich habe das geliebt mit meinem Bruder. Dieses, du musst alle Wikinger nach vorne bringen, Rätsel lösen und so. Und dann lachen, fighten. Mit Schild. Das war voll geil. Habt ihr nie gespielt? What? What? Okay, ich bin lost scheinbar. Warcraft 2 wiederum habe ich nie gespielt. Warcraft 3 war das erste Warcraft, das ich gezockt habe. Also Warcraft 3 und dann Frozen Throne. Wie ist die andere Erweiterung? Frozen Throne und Reign of Chaos. Ja. Aber ich habe noch nie davon gehört, von den Wikingern? What? Okay, no one. Aber ich fand es geil. Das Spiel macht heute nicht mehr Spaß. Es gibt mehr Tomen und unfassbare 8K CGI Cinematics. Geilt. Durch dieses Spiel haben wir plötzlich noch mehr Geld. Können uns endlich mehr Schreibtische leisten und müssen nicht mehr auf dem Boden sitzen. Und deshalb entscheiden wir uns dazu, ein kleines Entwicklerstudio aufzukaufen und das Spiel Diablo 1 zu produzieren. Good luck. Diablo-Sauce. Taco Bell. Ein Dungeon-Crawler, bei dem man am Ende in der Hölle Diablo töten muss und sich auf dem Weg dahin durch zahlreiche Level schlagen darf. You opened a portal from hell to our town? Ähm. Es wurde nicht nur zum meistverkauften Spiel des Jahres, sondern wurde auch in zahlreichen Magazinen gefeatured. Vorräte Einkauf, Foren abnehmen und Diablo geließe. Und in irgendeinem Forum, irgendwo tief im Internet, kam jemand auf eine Idee. In der Nähe einer Stadt in Diablo stehen oft ein paar Kühe rum, die anscheinend komplett nutzlos sind. Es wäre doch ziemlich lustig, wenn jemand das Gerücht verbreiten würde, dass man durch das richtige Anklicken der Kühe in ein geheimes und exklusives Kuhlevel kommt. Why don't you back it up with a source? My source is that I made it the fuck up. Und so gingen den Fogen auf einmal zahlreiche. Gab, habt ihr... Warte, wirklich? Conorga the Cow King. No resistance to some magic immunities. Und wenn du die Kuhen einklickst, kommt es ins Secret Kuhlevel. I mean, ich meine, es gibt immer so Videospielgerüchte, no? Genau wie damals bei diesem Mew, dass du diesen LKW nimmst und nicht Surfer geholt hast oder Zerschneider geholt hast von diesem Schiff. Dann fährt das Schiff nicht weg und dann peng, kriegst du den LKW angespielt und dann kannst du Mew freischalten. Cooler Will. ...reiche Fake-Screenshots über das besagte Level rum. Ich hab gehört, die Kühe droppen die seltensten Items aus dem Spiel. Und neben einer Vielzahl an sehr wütenden Forum-Nutzern, die teilweise Stunden damit verbrachten, vergeblich irgendwelche Kühe anzuklicken. Welche von den drei Küllen ist das? ...hat dieser trollende User vor allem eines, und zwar einen Mythos losgetreten. Nice, ich hab es gerade gefunden. Ich hab gehört, es gibt auch ein Hühnchen-Level. Doch erstmal erblickte ein ganz anderer Titel das Tageslicht. Geben Sie sich keinen Illusionen hin. Krieg zieht auf. Mit all seiner Pracht. Verdammt. Wurde aber auch Zeit. StarCraft 1. Ich würde ja jetzt sowas sagen wie, man kann mit coolen Klassen seine Base bauen und mächtige Truppen herstellen. Doch eigentlich geht es in diesem Spiel nur darum, wer am schnellsten die 5000 Hotkeys aus seiner Tastatur benutzen kann. Zeit in Verlust. Aber Basie ist es dann jedes Game, kannst du so unterbrechen, dass du am schnellsten deine Hotkeys drücken musst, um da das beste mögliche... ...I mean, c'mon, das war zum Skill. Come in, it looks like they're picking up a lot of them Iron-Units up here at us. Und dann erschien zwei Jahre später Diablo 2. Mehr Features, mehr spooky Skelette. Und wenn man nach dem Ende des Spiels ein paar bestimmte Schritte befolgt, öffnet sich ein Portal zu der sogenannten Momo-Farm. Jetzt gibt es das Cool-Level. What the fuck? Aber warte, es gab das Cool-Level nicht durch das Anklicken der Kühe, sondern quasi so als Fanservice, damit es dann wirklich irgendwann ein Cool-Level gibt, oder? Das war, das war, das habt ihr dann reinge-, reinge-, als Fanservice. Das war nicht actually drin. Das war schon fake mit den Anklicken. Safe, oder? Ja. Auch mit den Echsen und so, ja, okay. Auch ein Cool-Level, nur mit bunten Farben, riesigen Teddys und Einhörnern. Und im heutigen Diablo 4 suchen die Spieler immer noch sehr vergeblich, seit Wochen nach dem Level. Es gibt kein Cool-Level in Diablo 4? Das geheime Cool-Level sind die Freunde, die wir auf dem Weg gefunden haben. Und auch andere Spiele, die überhaupt nichts mit Blizzard zu tun hatten, führen den berühmten Mythos weiter mit ihrer ganz eigenen Version vom Cool-Level. Und das alles nur wegen einem einzigen Spieler mit viel Fantasie und dem Drang zu treuen. Und so ist das Spiel. Wann League of Legends Cool-Level, Riot? Einfach ganz viele Alistars und dann musst du sie töten? Alter, ich würde spielen. So wie Odyssey, bloß mit Alistar. Spiel für viele Menschen, auch heute noch. Eines der am besten produziertesten Action-RPGs, die jemals auf den Markt kamen. Und all dieser Erfolg sollte ein paar Jahre später seinen absoluten Höhepunkt erreichen. mit dem Release von World of Warcraft. Der Typ, der sich die Verbindung in den Arsch stecken wollte, ne? Aber mir wurde nach Jahren erzählt, also das war ein Clip, da hat die Mutter den WoW-Account gelöscht. Und er hat sich versucht, die Verbindung in den Arsch zu stecken aus seinem Frust. Logische Reaktion, kennt jeder. Aber mir wurde dann mal Jahre später gesagt, dass es ein Fake-Clip war. Dass es gestellt war. Damals schon gestellt. Aber ich habe damals geglaubt, er wollte sich wirklich diese Verbindung jetzt in den Arsch stecken, weil der WoW-Account weg ist. Das war einfach weird, aber auch lustig. Es ist fake, ja. Es ist leider fake, ja. Leider. Die drei College-Nerds von damals, sind jetzt immer noch Nerds, haben dafür ein paar Millionen auf dem Konto. Jeder kennt die Spiele von Blizzard. Und die Leute waren dementsprechend sehr hyped auf den neuen Titel. World of Warcraft, baby! Yeah! Butthole und der Pussy sind so nah zusammen. Meine Nipples sind alle hart. Platz vorne am Kopf, ist halt geblutet, die Jacke ist vollgeblutet, die Splitter liegen hier am Boden, die Tür ist geplatzt. World of Warcraft, ein Spiel, in dem jeder seinen eigenen Charakter erstellen kann und sich dann vor die Aufgaben der riesigen Abenteuerwelt stellen muss. Ich bin Mr. T und das ist mein Nachtelf-Erokeser. Also wir haben einmal die berühmte World of Warcraft Trauerfeier, bei der ein Forum-User ankündigte, einen anderen In-Game-Spieler mit einer Bestattung zu ehren und vorher darum bat, dass doch bitte niemand die Zeremonie unterbrechen sollte. Was ein schöner Tag für eine Zeremonie. Das kann man wohl sagen. Die berühmte South Park-Episode, in der sich die vier Jungs mit einem Ultra-WOW-No-Life herumschlagen mussten. Mom! Schürzel! Das nenne ich einen großen Jungen. Welcher sich übrigens auch wunderbar cosplayen lässt. Den Fakt, dass 99% der Medien WoW als das Spiel abstempelten, welches sich innerhalb von 0,3 Sekunden zum Massenmörder, Heroinabhängigen oder zum ultimativen Macbeard, der an einem Ort lebt, der schlimmer als Mordor aussieht, transformiert. Ich fand aber immer, persönlich, ich hab ganz viel Force-Story gespielt, was Basel in WoW in Pay2Win ist, aber halt auch in MMO. Sehr ähnlich, Fantasy-Weltblau, also Basel das gleiche Game. Ähm, und im Vergleich zu League muss ich sagen, ich find WoW oder sowas wie Force-Story macht mehr süchtig als League. Weil du halt schwerer zu ersetzen bist. Du bist halt dann, du bist halt jemand. Kommst halt online und bist Level 90 und bist der Magier der Gilde und bist der Anführer der Gruppe oder Teil der Gruppe. Während in League, du bist halt jede Sekunde zu ersetzen. So, jederzeit kann ein neuer Top-Lander in meine Lobby reinkommen. I don't care. Ich spiel Solo-Q und dann kommt der Nächste rein. Und du bist auch jeder wieder Level 1. Du hast nicht irgendwie einen Dude von vor vier Jahren, der halt ein Schwert hat, das es nur damals gab und das Schwert kann er verlieren. Sondern du hast halt den Skill, den du hast und dein Champion hat keine Items. Ich fand, es hat schon mehr süchtig gemacht. So für mich damals. Deswegen hab ich auch in 4-Story viel zu viel Geld ausgegeben und ich hab in League gar kein Geld ausgegeben, basically. Also ein bisschen, aber nicht viel, so ein paar hundert Euro. Und wenn ich in 4-Story viel mehr League gelassen hab, war richtig bad. Und ich fand, es hat deutlich mehr süchtig gemacht. Für mich zumindest. Hab ich an mir so beobachtet. Einfach, wenn du halt der Magier bist und alle warten auf dich, damit jetzt der Raid gestartet werden kann, bist du halt, du bist halt wichtig. Und Leute freuen sich, wenn du da bist während einer League. Ja, da kann dich jeder basically sofort ersetzen. Gerade wenn du halt so Solo-Q am Anfang spielst. War mein Empfinden. Paul ist einer von denen, die übertreiben. Er spielt rund drei Stunden am Tag. Drei Stunden am Tag. Es gibt viele Internet-Spiele, die süchtig machen. Aber nur eines, das dein Leben zerstört. League of Legends. Amin, es ist auch true so. Aber es ist auf andere Art und Weise, es ist true so. Es ist auf andere Art und Weise. Weil wir machen es auf andere Art und Weise dein Leben kaputt und süchtig. Und League macht anders süchtig, wenn es Sinn ergibt. So League ist halt, League ist halt mehr Fun. Und das macht dann auch süchtig. Und dann ist es irgendwann nicht mehr Fun. Und es ist trotzdem noch süchtig. Aber ja. Ich weiß nicht, wie ich es erklären würde. Unterschied. Aber ihr versteht, was ich meine mit diesem Level 90 zu Level 1 Ding. Und ersetzbar, nicht ersetzbar. Ich glaube, das ist ganz gut nachvollziehbar. Aber League ist irgendwie... Weiß ich. Ich weiß gar nicht, warum es League so verzaubernd süchtig machen. Warum? Weil du besser werden willst. Gerade am Anfang ist es gefühlt auch, du kannst so viel so schnell besser machen. Du kriegst den Dopamin-Kick dieser Tausends rein. Wenn du merkst, Alter, ich kann jetzt die Mages anständig last hitten. Irgendwie, das... I don't even know. Weil es kickt schnell... Also die Lernkurve ist halt auch recht flott in League. Während WoW halt auch langsamer beginnt und so. Kao. Aber League macht auf jeden Fall Leben kaputt. Safe. Und der norwegische, zwölf Jahre alte Hans-Jürgen Olsen, der bei einem Waldspaziergang mit seiner Schwester einem Elch begegnete und nur durch seine World of Warcraft-Erfahrung als Level-30-Jähriger wusste, dass man sich auf den Boden totstellen muss, um die Aufmerksamkeit vom Elch zu verlieren. Lol. Wirklich? Okurva. Hat im Videospiel gerade zwei Leben gerettet oder was? Kam dann außerdem über den Patch 1.7 ein neuer Raid raus. Teams von 20 Leuten konnten sich durch den Dungeon schlagen, um am Ende den Endboss HK zu besiegen. Lauft! Er ist zu stark! In dieser Boss verteilte einen Debuff namens Corrupted Blood. Eine Art Seuche, die Schaden macht und jeden Spieler im Bossraum treffen konnte. Außerdem konnte man andere Spieler, die in deiner Nähe standen, mit dem Buff anstecken. Diese Seuche wirkte jedoch nur innerhalb des Raids und nicht in der Außenwelt. Nun, man besiegt den Boss einfach und alles ist gut. Was die in Weddler jedoch nicht bedacht haben, ist, dass die Tiere von Spielern auch die Seuche bekamen. Und diese konnten die Spieler sehr wohl mit in die Außenwelt nehmen. Dann beginnt es also. Und ja, genau das ist passiert. Und so wurde Patient Null geboren. Der unwissende Spieler hat natürlich sofort andere Leute in der Stadt angesteckt. Und innerhalb kurzer Zeit wurden von Level 1 bis Level 60 Charaktere alle möglichen Menschen von der Seuche betroffen. Warum sind die Leute am Stern? Das Ende ist nah. Wir sind die Außerwelt. Und so ist die erste von einem tödlichen Virus infizierte Stadt von World of Warcraft Stück für Stück vor sich hingerafft. Das ist ja so cool. Das ist irgendwie weird, aber auch voll geil. Weil ich am ersten gedacht, die Tiere können es außerhalb haben, aber die Tiere könnte ich auch außerhalb wieder anstecken. Ach so. Und dann spreadet die Pandemie einfach nach links, rechts, um unten. Und dann, what? Das ist ja, ich meine, das ist ja crazy. Das ist oft, what? Das ist ja voll cool irgendwie, auch creepy. Aber quasi Plague-Ink-Pandemie-Cosplay in WoW unwissentlich über dein Haustier. ...die willkürlich durch die Gegend liefen und andere Spieler ansteckten. Bleib weg von mir! Dann gab es die Menschen, die versucht haben, die Pandemie strategisch zu stoppen. Bleib weg von allen anderen! Viele sind einfach geflohen und haben in einer leeren Ecke der Karte gewartet, bis der ganze Spuk vorbei war. Also hier sieht es doch schon viel besser aus. Und ein paar Leute haben angefangen, absichtlich andere Spieler anzustecken, nach dem Motto, wenn ich sterbe, dann gehst du halt mit mir drauf. Gebe frei! Das Super X! Verbreitet es auf Leute! Auf dem Dach! Ein paar Healer haben sich daraufhin versammelt und versucht, andere zu heilen und als Ärzte zu agieren. Doch trotz aller Mühen stapelten sich innerhalb der ersten paar Stunden zahlreiche Leichen und Knochenhaufen von Spielern in den Städten. Fast die Hälfte der ganzen World of Warcraft-Map war mittlerweile betroffen von einer jeden mit in den Tod reißenden und nervigen Seuche. Wenn du damals live dabei gewesen bist, als es ausgebrochen ist, diese Pandemie, diese Seuche in WoW, das ist so ein magischer Moment fürs gesamte Leben. Also es ist ja so cool irgendwie. Es ist irgendwie, das ist voll geil. Es ist crazy, aber auch voll geil. Vor allem wenn sie dann so eigene Dynamiken entwickeln. So die Heiler-Gilde, Heal-Tan, blablabla. Das ist so cool. Ich wäre so gerne live dabei gewesen. Eigentlich richtig cool. ...providing us with a remarkable virtual view of what could happen if a real epidemic erupted across the globe. What could happen? Die Anzahl der Toten wuchs immer mehr und Leute fingen an sich in den Foren zu beschweren. Jeder in World of Warcraft hat nichts. Außerdem wurden NPCs angesteckt, die zwar nicht sterben konnten, dafür aber andere Spieler ansteckten. Ach komm schon, Bruder. Die Städte gelichen einer Art leerer und ausgestorbener Geisterstadt. Bringt eure Toten raus! Bringt eure Toten raus! Und dann kam ein Patch und alles war wieder gut. Später nutzten einige Soziologen und Forscher dann die Daten aus der WoW-Pandemie, um soziologisches Massenverhalten und generell Pandemieverhalten zu erforschen. Oh geil. Quasi wir. Eins in den Chats, wie viele WoW-Players jemals, nicht aktuell, nicht aktiv, sondern jemals gespielt, mehr als für, höher als fürs Level 20. Chats, Hände hoch. Höher als fürs Level 20, jemals gespielt, eins in den Chats. Sonst natürlich 0 oder 2, ne Menge 1. An euch wurde also dieses Experiment durchgeführt, um die Pandemie besser zu predikten. Ob das gut geklappt hat, da wäre ich jetzt nicht sicher. Aber interesting, ne Menge 1, wow. Sehr viele WoW-Mains in meiner League of Legends Community, hätte ich nicht so erwartet, aber I mean, I guess. Hat sich Ork 1 verhalten, als der mit dem Virus infizierte Jäger schreiend auf den Ork zulieb. Und dann gibt es noch dieses Video hier. Hey, Chomps, are you ready, guys? Let's do this. Leroy! Legendär. Aber das war auch gestellt, wurde mir wieder auch Jahre später gesagt. Genau wie der Typ in der Fernbedienung. Alle meine WoW-Erinnerungen sind Lügen. Das war scheinbar auch gestellt mit Leroy Jenkins. Fucking staged alles. Ich war damals 12 oder so, als es rauskam, dieses Video. Oder wie lange ist das her? Locker so 12, 13 Jahre, oder? Und ich habe damals geglaubt, es wäre echt, auch mit der Fernbedienung, damals war schon alles fake. Man denkt, heute ist jetzt gestaged, aber es war damals schon gestaged, ganz ohne Instagram-Reels und Instagram-Models. Damals schon WoW-Models, die alle stagen. Goddammit, Leroy. Leroy, 24 Jahre alt, ist in Real-Life Elektrotechniker. Hat damals eine WoW-Gilde namens Ports for Life mit seinen Kumpels gegründet. Die war aber ziemlich klein und brauchte mehr Member für einen Raid. Und so dachte man sich, komm, wir erstellen ein unfassbar lustiges und überzeugendes Gilden-Werbe-Video. Die Leute werden dann schon... Boah, ist das mal der Grund? ...gestaged. Und die Views explodierten. Leroy Jenkins wurde zu einem Star. Leroy Jenkins, World of Warcraft. LEROY! Und doch jeder Mensch, der einmal zu einer Internet-Sensation wurde, merkt, dass ein Meme zu sein, auch eine Schattenseite mit sich bringt. Leute haben plötzlich angefangen, durch den ganzen Server zu verfolgen. Hallo Leroy, was geht ab? Er kriegte non-stop Nachrichten wie... Oh mein Gott, bist du der echte? Oder... Oh mein Gott, dein Video ist so lustig. Aber auch solche Nachrichten. Kill yourself. Kill yourself. Kill yourself. Kill yourself. Man konnte damals auch noch keine Server switchen. Heißt also, die Welt, in der er sich befand, war andauernd voll, weil alle Leroy kennenlernen wollten. Blizzard hat das mitbekommen und wollte natürlich so schnell es geht irgendwie Geld mit dem Hype machen. Doch damit Leroy auch ein Stück vom Kuchen abbekam, wurde er zu Events eingeladen, um dort, oh boy, seinen Schrei zu präsentieren. Und dann ist das Meme fürs Erste ausgestorben und Leroy ging wieder seiner Tätigkeit als Ingenieur nach. Und er wurde über die Jahre Stück für Stück in zahlreichen Serien und Filmen gefeatured. Ich lebe, du bist ein Idiot. In dieser Folge sind viele Internetwitze. Außerdem wurde in derselben Zeit die erste BlizzCon ins Leben gerufen. Eine Konvention für alle möglichen Blizzard-Spiele. Wo große Neuerungen angekündigt werden, Leute verschiedener Charaktere cosplayen. Und zeitgleich der einzige Ort, bei dem es passieren kann, dass du beim Pinkeln neben Reaper aus Overwatch und einem Org aus World of Warcraft stehst. Außerdem gibt es jährlich für jeden Anwesenden auf der BlizzCon die Möglichkeit, den Entwicklern eine Frage zu stellen. Und einer dieser Leute war der sogenannte Red Shirt Guy aus 2010, der mit vollem Selbstbewusstsein die Developer vor allen Menschen auf der Messe auf eine Inkonsistenz in der World of Warcraft Lore hinwies. Da kommt dieses Meme! Warte, von ihm? Ich hatte es aus diesem einen Judge-Game, oder wie das heißt. Diesem Guilty-Quad. Daher kommt das? I didn't know. Aber ich dachte auch, der Red Shirt Guy wäre dieser Typ gewesen, der meinte, dieses mit Don't you guys have phones? Und dann, wo er so meint, der Typ, der so meint, war dieser Glatzkopf. Hat der nicht auch rotes Shirt an? Aber, I mean, wenn er bei jeder BlizzCon war? Legende der Szene. Besagter Red Shirt Guy wurde ziemlich beliebt und sollte die nächsten Jahre jedes Mal das Neue vortreten. Ja, Objection, ja, das war's. Ja, okay. Meine Frage dieses Jahr ist über Elyria und Turalien. Wir haben überlebt. Red Shirt Guy. Wir können jetzt retiren. Blizzard essentiell put Red Shirt Guy into the game. Oh, geil. Die nächsten Jahre wurden dann noch keine Expansions rausgebracht und mit wirklich jeder einzelnen ist die Beliebtheit gesunken und Leute kamen auf die Idee, ihre eigenen privaten Server zu hosten. Die Interesse nach so etwas war schon seit Jahren extrem riesig und Leute fragten regelmäßig die Entwickler nach einem Weg, um wieder WoW Classic spielen zu können. Have you ever thought about adding Servers for previous Expansions as they were then? No. And by the way, you don't want to do that either. You think you do, but you don't. 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 Kleiner Tipp, wenn ihr jemals im Besitz einer millionenschweren Videospielfirma seid, schreibt niemals euer Community vor, was sie wollen und was nicht. Nun, Good Guy Blizzard sah, dass so viele Leute auf privaten Servern spielten und nicht für ein WoW-Abo bezahlten und so entschieden sie sich dazu, die Serverbesitzer zu verklagen. Die Server mussten runtergenommen werden und Gamer macht natürlich das, was alle in dieser Situation tun würden. Und zwar wurde sich kurz vorm Shutdown gemeinsam auf dem Server getroffen, daraufhin ein riesiger XXL-Trauermarsch quer durch den ganzen Server veranstaltet, um dann gemeinsam mit allen Leuten eine fucking Klippe runterzuspringen. Fuck you, Blizzard. Blizzard. Blizzard chose Greed. Fuck Blizzard. You think you do, but you don't. Greed. Aber dieses Ding mit Blizzard chooses Greed. Wenn sie sich für den Greed, für die Gier entschieden haben, brauchen sie nicht einfach den Server selbst gehostet? Also einfach die Leute gezwungen, wenn sie die Version ihres Games spielen wollen, dass sie halt ein Abo haben müssen? Chat, was war der Grund, dass sie es bewusst nicht haben wollen? Die Angst, dass die Spielerzahl auf dem anderen Server zu klein wird? Why? Haben sie gemacht am Ende? Warum haben sie denn jetzt die Leute verklagt, anstatt einfach das selbst zu übernehmen? Dass sie damit Geld verdienen wollen, verstehe ich ja auch, honestly. Wenn Leute die Version ihres Games spielen wollen und das halt Teil des Deals ist, also I get it, aber das ist ja weird. Haben sie gemacht, auch nur Ewigkeiten. Okay, war einfach dumm also. Okay, verstanden. Blizzard sah dieses Video mit all den potenziellen Kunden und hat sich natürlich vor lauter Freude die Hände gerieben. Merkte außerdem, wie die Zahlen der neuen Expansions immer weiter sanken. Man konnte sich auf einmal bis Level 120 hochkaufen. Bruder, was zum Fick. Und irgendwie hat sich das Spiel nicht mehr wie die alte Heimat von damals angefühlt. Yo. What the hell? Und so schafften sie es nach Jahren, endlich ein paar Zeilen im Code zu verändern und ein paar Knöpfe zu drücken, damit dann 2019 World of Warcraft Classic eingeführt werden konnte. You think that you want this? And I think maybe that you do. Jack Noyes ist ein Jäger. Doch gehen wir wieder zurück zum Jahr 2008. Aber war das dann actually Vanilla wie damals oder war es so remastered? So war es so remastered oder war es so... Haben sie actually Mühe gegeben oder waren sie einfach damals nur dumm? Am Anfang war es nicht remastered. Vanilla Vanilla. Okay, Alter. Das ist ja also wirklich ein Knopf drücken. Das ist ja so stupid, dass sie ihn einfach früher gemacht haben. Warum die Community erstmal antagonisen und dafür sorgen, dass du die beliebten Surfer klagst? Das ist ein bisschen. Warum gibt es ihm gerade einen Blowjob? Ist das dieses Alemania Ding? Erst jetzt schon seit ein paar Jahren draußen. Die Zahlen sehen super aus. Doch der Lamborghini scheint ihnen nicht zu reichen. Blizzard Entertainment. Merch mit dem Videospielgiganten. Activision. Ihr wisst schon. Die Leute, die heute Call of Duty in den Abgrund treiben und einen ganzen Euro für einen roten Punkt auf dem Visier verlangen. With Homelander and fucking Snoop Dog and there's a cat operators. Oh my God. We want the game to be 100% realistic. Doch erstmal gibt es Werbung. War Thunder ist das umfangreichste Fahrzeugkampfspiel, was jemals auf den Markt kam. Hallo, ich hätte gerne 8 Bananen und War Thunder zum Mitnehmen. Du kannst einen Buschpanzer spielen und von weiter Distanz schießen. Wow, 5 schwarzen Panzer gegen mich? Ich glaube, ich habe die falsche Version runtergeladen. Oder im Nahkampf die gegnerischen Panzer alle nacheinander auslöschen. Meine Strategie ist es ausschließlich meine eigenen Teammates zu töten. Es hat einen Tag gedauert und ich bin auf allen Servern Lifetime fürs Griefen gebannt. Ich spiele mehr als 2000 Fahrzeuge, zahlreiche coole Panzer, Flugzeuge und Jets. Oh, und es gibt sogar Helikopter. Klinge ich vielleicht ein bisschen anders? Das liegt daran, dass ich auf dem Weg bin, mich in die Luft zu sparen. Coole Sticker, die man auf seine Panzer packen kann. Wer von euch traut sich, auf meinen Waifu-Panzer zu schießen? Thomas, die Lokomotive. Creeper? Oh, man. Would you still love me if I was a tank? Nein, außer du bist ein Crusader-MK2-Tank, aber dafür müsstest du dir Warfunder runterladen. Es ist komplett umsonst und man kann es auf allen möglichen Plattformen wie PC, Xbox, Playstation oder einem Schwangerschaftstestand und durch meinen Download-Link ganz viele exklusive, coole Vorteile erhalten. Deutsche Ingenieurskopf. Es gibt ein Damage-X-Ray-System, was das bedeutet, ich habe absolut keine Ahnung. Die Fahrzeuge sind alle extrem historisch akkurat und wurden früher genauso genutzt, wie im Spiel dargestellt. Werbung Ende. Also wir haben zwei... Diese Werbung ist immer ein reiner Fiebertraum bei Jules, ne? Reiner Fiebertraum. Aber ja, Leute, wenn ihr wollt, geht über seinen Link runterladen. Seine Videos sind immer legendär. Auch mal den Bro unterstützen. Blizzard ist jetzt Blizzard Activision und der neue CEO der Firma wird ein Mann mit dem Namen Bobby Kotick. Legenden besagen, dass wenn man böser Business-Mensch im Anzug googelt, dass dann nur Bilder von diesem Gesicht erscheinen. Dieses schmierige Prinzen widert mich jetzt schon an. Ich hätte den gerne... Natürlich ist es ganz oben, natürlich. Aber es ist nicht nur er, aber es hat mich jetzt nicht gewundert, hat er ganz oben schillt, unser Bobby Kotick. Oder Billy, wie hieß er? Das Bild ist auch sehr nice. Aber wenn der Bro so böse guckt, no bad. Als Endgegner im nächsten Wolfenstein. Seine ersten veröffentlichten Worte, nachdem er die Firma übernahm waren. Wir müssen den Spaß daraus nehmen, Spiele zu produzieren und Gaming ertragreicher machen. Hat zwei... Seine ersten veröffentlichten Worte, nachdem er die Firma übernahm waren. Wir müssen... Das hat er wirklich gesagt. Das ist scheinbar ein direktes Zitat, wenn ihr hier den letzten Abschlussparagrafen anguckt. Take all the fun out of making video games and make them more profitable. Okay, super. Das ist eine motivierende Rede. Meines neuen CEOs. Aber das ist... Also... Ich dachte so ein bisschen out of context. Aber na gut, es ist immer noch out of context, fairerweise. Aber scheinbar trotzdem direkte Worte. Verrückt! Um Spiele zu produzieren und Gaming ertragreicher machen. Hat 2006 außerdem seine Assistentin eine nette Nachricht auf den Anrufbeantworter gesprochen. Hey! 2006 außerdem seine Assistentin eine nette Nachricht auf den Anruf... Sexuelle Übergriffe, Todesdrohungen... Okay. Todesdrohungen, why? Sexuelle Übergriffe, why? More profitable machen, verstehe ich noch. At least aus CEO Perspektive... Auf Beantworter gesprochen. Hey Jessica, kannst du mir einen Kaffee machen? Ah ja, und ich lasse dich morgen umbringen. Typisch Bobby mal wieder. Außerdem möchte man jetzt die viel zu toxische World of Warcraft Community unter Blizzard Activisions Leitungen erziehen und ihnen gutes Benehmen beibringen. Und das hier kriegst du dafür, dass du Trote geschieben hast. Ab sofort sollte neben jedem Namen im Blizzard-Forum zusätzlich der vollständige Real-Life-Name daneben angezeigt werden. Unter dem Vorwand, die Community auf einem Weg zu connecten, wie noch niemals zuvor. Ja, ihr hört richtig. Die Nutzerin Sexy Priest Girl 5 hatte plötzlich neben ihrem Profil den Namen Rolf Meier stehen. Und auf diese Weise sollte die Community weniger toxisch werden. Hast du auch geschrieben, fegt sie ab sofort in ihre beschissenen Ärsche? Ja, vor einer Weile. Ich kann's kaum erwarten, böse ich den Obama in Forum zu treffen. Ein Blizzard-Mitarbeiter hat die daraus resultierende wütende Meute überhaupt nicht verstanden und postete im Forum seinen echten Vor- und Nachnamen. Hey Leute, ist doch gar kein Problem, es ist doch nur ein Name. Als erstes wurde seine Adresse geleakt, dann seine Telefonnummer, dann sein Facebook-Profil. Oh, und anscheinend wohnt der Mitarbeiter mit 28 noch bei seiner Mutter. Hey Maike, ich stehe vor deinem Haus. Ein Tag hat es gedauert und das Feature war wieder weg. Noch im gleichen Jahr wurde dann offensichtlich profitorientiert ein gewisser Volk. Wie kann sowas durchkommen überhaupt? Das muss doch bei irgendwem sämtliche Alarmglocken aktivieren. Und meine Frage ist auch, wie haben sie das geschafft, dass die Leute ihre Namen angegeben haben, zumindest zum Teil. Der Typ hat ja scheinbar keinen Fick drauf gegeben, weil er dumm ist. Aber der Rest hat auch so, es gab doch damals diese Aktivierungscodes für WoW, die du einfach im Laden kaufen konntest. So freirubbellos quasi. Das ist ja nicht wie in Korea, wo es über die Social Security-Number direkt geht, wo du dich mit League of Legends ja damit anmelden musst. Sondern also kannst du ja dann einfach alles angeben, was du willst bei Blizzard-Accounts nur. Bei Trump dachten wir auch, wie kann sowas durchkommen? Nee. Nee. Habe ich nicht gedacht. Habe ich persönlich nicht gedacht. Wie kann sowas durchkommen? So diese Nach-Rechts-Bewegung sind wir in sehr vielen Gesellschaften gerade, in vielen Regionen der Politik. Aber darum ging es mir gerade gar nicht. Sondern so, wenn du so, du bist eine gewinnorientierte Firma und du bringst so ein Feature durch, du musst doch wissen, irgendwer muss doch sagen, obviously wird das brennen, obviously wird das scheitern. Irgendwer muss doch denken, Bruder, kacke. Ja, anyway. ...titel angekündigt. Diablo 3. ...present to you the world premiere of Blizzard's newest game. Oh my God. Oh, das ist Handy-Game, ne? Die ganze vier volle Jahre sollte es dauern, bis das Spiel endlich das Tageslicht erblicken konnte. Und der Hype war immens. This is truly a game of moment. Wenn man das Spiel statistisch mit anderen Titeln vergleicht, sieht man bei Diablo-Suchanfragen einen klitzekleinen Hügel. Die Leute waren bereit. Und das zeichnen sie auf Memes über alle Plattformen verteilt, die darstellten, wie sehr man sein Real-Life vernachlässigen wird, sobald Diablo 3 rauskommt. I got everything I need here, I got Pringles, and I got Pringles, an extra Keyboard, in case I have to smash a couple. Doing this with one hand. Everything here I can eat with one hand. 15. Mai 2012. Die Server gingen live. Und eine riesige Horde an mit Energy-Dosen bewaffneten Menschen versuchte sich gleichzeitig nach vier Jahren endlich in das Spiel einzuloggen. Und zwar versuchten es so viele, dass die Server bis zum Anreiz überlastet wurden, was wiederum dafür sorgte, dass sich kein einziger Spieler mehr einloggen konnte und die gehypten Fans nur ein Pop-Up-Fenster mit dem berüchtigten Error 37 zu Gesicht bekamen. Hat jemand von euch Error 3006? Und falls du nur für dich alleine die Singleplayer-Kampagne genießen wolltest, musstest du dich trotzdem einloggen und brauchtest im Jahr 2012 einen dauerhaften Internet-Zugang. Because fuck you. Bobby Kotick, äh, fuck you. Klassische 2012er Oldschool-Memes wurden verzweifelt über jegliche sozialen Netzwerke gepostet, um irgendwie den Schmerz zu unterdrücken, jetzt gerade nicht Diablo 3 spielen zu können. Und irgendwann legte sich der Sturm und die Server funktionierten wieder. Mit einem späteren Update wurde durch Bobby Kotick dann ein Auktionshaus eingeführt, in dem man In-Game-Items und seltenen Boss-Loot für Echtgeld kaufen konnte. Oh Mann, ich habe erst seit drei Stunden das Spiel und habe jetzt schon alle seltenen Items im Game. Warum auch immer man so ein System in einem Spiel einführt, bei dem es primär darum geht, Items zu sammeln. Es gab teilweise Spieler, die beruflich davon lebten, seltene Äxte für beispielsweise 7500 Euro in Diablo zu verkaufen. Hey, sag mal, was machst du eigentlich beruflich? Oh, und du willst außerdem Diablo 3 für die Switch gewinnen? Lad einfach ein Foto hoch, wie du Diablo 3 auf der Switch spielst und gewinne Diablo 3 für die Switch. Und dann kam 2014. Es gab noch 2012 noch keine Switch, oder? Bin ich gerade komplett dumm. Oder was ist der Witz, den ich nicht verstehe? Chat, Hilfe. Chat, bin ich dumm, oder was verstehe ich nicht? Dann ging es um den Switch-Release. Was hast du mit dem Foto auf sich? Es ging um den Release. Es wurde dann später für Switch-Released. Ah, okay, und dann musst du ein Foto machen, um die Switch zu spielen, damit es qualifiziert, dass du das Game gekauft hattest, ja? Zeige ein Bild, wie du auf der Switch spielst, um es für die Switch zu gewinnen. Hä? Das ist ja so dumm. Also musst du quasi ein Bild von deinem Kumpel machen, na gut. Am Ende ist es immer noch dumm, aber okay. Gewinne Diablo 3 für die Switch. Ah, okay, verstanden. Und dann kam 2014. Wir gewinnen 7-1 gegen Brasilien. Und zeitgleich kommt Hearthstone raus. Banger Game, Banger Game, Banger Game. Banger Game. Hearthstone ist ein Spiel, was absolut nicht Pay-to-Win ist. 50 Dollar für 3 Karten. Ein Spiel, welches extrem schwer zu meistern ist und zahlreiche strategische Taktiken benötigt. Victory requires Strategy. Ah, Felschweige so viel. Schrieb einmal in seinem Buch die Kunst des Krieges die Worte, nimm die klasse Jäger bei Hearthstone und greif immer Face an. Das lassen die Gegner. Forscher haben herausgefunden, dass das Öffnen der Hearthstone-Packs kein bisschen Dopamin in dem menschlichen Körper auswirft. Er hat jetzt zwei Golden Legendaries. Drexys und Lehrensucher Joe. LOL. Aber okay, I mean, obviously, jedes Card Game ist auch Pay-to-Win. Beziehungsweise Pay-to-Progress und Pay-to-Collect. Aber so, wenn du einfach Arena gesuchtet hast, war geil. Und ich hatte, an irgendeinem Punkt hatte ich so eine solide Foundation. Ich hatte eine Extrasa, ich hatte diesen Zwei-Leben-Mage, der dich eine Karte zählst als Deathrattle. Ich hatte Antonyidus, ich hatte einen geilen Freeze-Mage-Build, ich hatte einen geilen Control-Mage-Warrior-Build, äh, Control-Mage, äh, Freeze-Mage und Control-Warrior. Und ich hatte einen geilen Handlock. Und dann war es geil. Ja, sowas wie Face-Warrior war fucking stupid. Der Face-Hunter. Do me trade, no me go face. Ja, Klassiker. Ja, aber Hearthstone war eigentlich ein Banger-Game. Ich habe jetzt so mein Leben gesuchtet während der Q-Zeit. Sehr enjoyed. Während ich in League geq'd habe, habe ich in Hearthstone gespielt. Und sowas wie Control-Warrior und Freeze-Mage braucht wirklich Ewigkeit, um zu gewinnen. Deswegen, damals war die Crew-Zone noch viel länger in League als heutzutage, obviously, noch mit Under-Match-Making, damals in Hilo, als jetzt. Und ich war Legend für irgendwie fünf Monate in Folge. Und ich war sehr happy. War ein sehr geiles Game. Und es war nicht so Pay-to-Win, wie es hier gerade rüberkommt. Es war sehr Pay-to-Progress. Aber ich habe damals für Hearthstone, ich glaube, ich habe vielleicht 100 Euro ausgegeben, was auch viel Geld ist, aber es war jetzt nicht wie in For-Story. Da habe ich auch einiges mehr ausgegeben. Aber zwei Golden Legendaries und dann noch ein Legendary und dann noch eine Epic. Das ist schon freches Glück von dem Bro gerade bei seinem Opening. Freches Glück. Sorry. Es braucht Blizzard nur drei ganze Jahre, um eine einzige Zahl im Code zu verändern. Und die Beliebtheit dieses Spiels ist außerdem über die letzten Jahre durch die immer besser werdenden Patches von Blizzard enorm in die Höhe geschossen. Ich habe auch nicht mehr gespielt seit Streets of Gadgetan. Ich weiß nicht, wann die Erweitung rausgekommen ist, aber bei dem bin ich raus bei Hearthstone. Milrog? Milrog war ein Banger, wo du die ganze Zeit Karten ziehen musstest, ne? Ja, war auch Banger Deck. Mit dem Fatigue-Damage am Ende. True. Habe ich, glaube ich, auch gespielt. Im Jahr darauf kamen dann Heroes of the Storm. Für Bobby Kotick eine super Idee, um endlich mit den großen Schlachtschiffen wie Dota und League of Legends mithalten zu können. Wir sind Heroes of the Storm. Ich kann euch zwar überhaupt nicht sagen, was in diesem Match hier gerade passiert, aber ich kann euch sagen, dass Blizzard 2018 einfach mal so über Nacht ankündigte, dass das Entwicklerteam vom Spiel drastisch gekappt wird und die E-Sport-Szene nicht mehr unterstützt werden würde und beendete somit zahlreiche Karrieren von Kommentatoren, E-Sportland und YouTube-Channeln einfach über Nacht. Und das ein paar Tage, kurz vor Weihnachten. Well, I didn't sleep too good last night. Omega LOL, my whole life is built around this game. So fucking tilted about it. Some great news to share with you guys. Not with the Blizzard-Fans though. Ich bin jetzt Vollzeit-League-Streamer. Frohe Weihnachten. Arbeitslos bei der W. Omega LOL. Fuck you. Laut wirklich seriösen... Ich meine, es ist eine riesige Angst auch bei League immer wieder, dass was passiert, wenn das Game halt stirbt oder wenn Riot Games weniger Fick auf E-Sport und so gibt oder auf Streaming generell weniger. Noch was tut da Riot gar nicht aktuell. Also Streaming bzw. E-Sport wird auch immer größer. Aber ja, ich meine, wenn es halt der Business Case für Blizzard war, dass das Game kacke für sie ist, dann damit aufzuhören, gewissermaßen sinnvoll. Vielleicht die Distanz an Zeit und die Kommunikation kann man bestimmt besser gestalten als vor Weihnachten und so absolut so kurzfristig. Aber ja, dann ist einfach basically von den Dudes das Leben ist direkt zu Ende. So direkt. So in meinem Fall. Seit 10 Jahren nur League ist basically alles, was ich bin. Und dann direkt weg. Weg. Und deswegen machen wir heute Reactions auf Jewels, damit wir uns weiterbilden können. Außerhalb von League of Legends. Quellen. Ich hab's mir ausgedacht. Hab ich übrigens erfahren, dass das dadurch verfügbare Geld in die 413. Luxusjacht von Bobby Kotick geflossen ist. Wir haben mittlerweile 2016. Blizzard hatte bis dahin ein paar nervige Aktionen und Fauxpas, ist aber dennoch relativ beliebt bei den Spielern. Und sie wollten sich den Hype von damals zurückholen. 2016 war das Jahr, in dem Overwatch wie eine Bombe in der Gaming-Welt einschlagen sollte. Overwatch ist ein unglaubliches Erkauf, ein anderer seminales Erkauf von Entwickler Blizzard. Game of the Year, Overwatch. Beide Teams bestehen aus 6 Charakteren. Die Rollen können selber aufgeteilt werden, wobei es am Ende der Runde immer 5 DPS gibt und einen Tank, weil keiner Lust hat, den Healer zu spielen. Overwatch kommt mit einer Vielzahl an durchdachten und einzigartigen Helden, die man spielen kann. Genji, ein unfassbar krasser Ninja mit Samurai-Schwert, der aber in 99% der Fälle von irgendwelchen Elfjährigen gespielt wird, die denken, sie könnten das ganze Team von alleine carryen. Es ist der eine Typ, den es in jedem Spiel gibt. In League of Legends ist es Yasuo. In Valorant, Jet und in Team Fortress, der Scout. Dann gibt es noch Mei, oder auch das letzte, was du siehst, bevor du 4 Stunden lang eingefroren wirst und irgendeiner der riesigen Tanks dich danach in die Grenzen der Galaxie befördert. Dieser Charakter ist eine Fusion aus Gandhi und einem Roboter und hat unfassbar dicke Balls. Bastion ist nur ein Roboter, der mit der extrem komplizierten Metastrategie an einer Stelle warten und schießen gedrückt halten, gespielt wird und somit das ganze Game gewinnt. Und das hier ist ein fucking Hamster in einem Roboter-Ball und weil keinem ein cooler Name einfiel für einen Hamster mit Gewehren, nannte man ihn einfach Dieser Charakter ist komplett nutzlos, dieser Charakter ist auch komplett nutzlos Und über diese Charaktere existiert mehr Overwatch-Pornografie, als das überhaupt Spiele in den letzten 5 Jahren gab. Was? Okay, Chat. Eins in den Chat, wer sich jemals hier Widowmaker-Pornos angeguckt hat. Lasersaft, ich will deine Eins sehen. Lasersaft, sehr ehrlich. Ich weiß, du hast doch wohl schon viel gespielt. Laser, schreib sie. Sehr ehrlich zu mir und schreib sie in meinen Chat rein. Laser, ich seh mal die Nullen. Wo ist die Eins? Die Eins, die es verdient hat, hier in den Chat gepostet zu werden von dir. Sehr ehrlich, heb die Hand. Heb sie. Wollen wir so viele Einsen? What the fuck? Chat, ihr seid ja so lost. Und es gibt mehr Pornografie-Material zu dieser Frau, als Spiele auf Overwatch. Krass, ich hab Overwatch persönlich nie gespielt und ich könnte euch nicht mehr sagen, wer genau Widowmaker ist. Ich kenn nur die eine Frau mit dem Arsch und die heißt Tracer. Das weiß ich. Aber Lasersaft, der traut sich nicht, die Eins hier zu posten. Alles klar, verstanden. Auch ein paar Gegner zu killen, wird dein Gameplay am Ende vor allen Leuten angezeigt und du bekommst das sogenannte Play of the Game. Play of the Game. Ziel vom Spiel ist es, einen Punkt einzunehmen oder als strategisches Team die Fracht zu schieben. Doch in 99% der Fälle macht ein einziger Spieler die ganze Arbeit, während die anderen sich am Rande der Map um ein Medi-Kit prügelt. Das Game wird von Jeff Kaplan geleitet. Two to the one, from the one to the three. What's up? This is Jeff from the Overwatch Team. Meme-Legende und seit neuestem offen rechtsradikal. Hat außerdem die große Ehre, jedes Mal aufs neue, das bevorstehende Overwatch-Update zu verkünden. Ein neues Update. Hat außerdem einen 10 Stunden Livestream gemacht, in dem er vor einem Kamin sitzt und vor 30.000 Leuten absolut gar nichts macht. Hier ein paar Highlights. Wow, das ist das geil. The Content Genius. Vor 30.000 Leuten sitzen und nichts tun. Für 10 Stunden. Oh mein Gott, wann machen wir das? Das müssen wir auch machen. Das ist ja viel zu klug. Das ist einfach der Content. Dann kannst du darauf dann reacten. Auf dein eigenes Nichtstun reactest du dann. Oh mein Gott. Das ist ja gar nichts macht. Hier ein paar Highlights. Das ist ja so klug. Wahrscheinlich guckt er da hinten irgendeinen Film oder so und er hat alles auf Mute gestellt. Er guckt halt einen Film, Herr der Ringe und dann hat das ganze Wohnzimmer gemutet, hat da einfach kein Mikrofon halt drin, spielt dieses Feuer, Lagerfeuer, Kaminfeuergeräusche ein und guckt einfach in alle Ruhen einen Film. Weil er einfach klug ist. Das ist einfach so klug. Ich brauche Heilung. Das ist Jeff aus der Overwatch-Team. Außerdem gibt es noch die professionelle Overwatch-League. Und hier kann man sich die Faustregel merken. Je unangenehmer die Teams die Arena betreten, desto besser werden sie wahrscheinlich spielen. Die E-Sport-Liga hat außerdem zahlreiche Talente hervorragend, wie z.B. den kanadischen Philosophen Felix Lengiel. Die nächsten Jahre kamen dann ein Paik. Die nächsten Jahre kamen dann ein Paar Expansions für die anderen Spiele. Es wurde sich weiter um den E-Sport gekümmert und die Games wurden Stück für Stück immer mehr monetarisiert. Auf einmal sind wir in 2019 und zahlreiche Chinesen in Hongkong kämpfen nicht nur um ihr Leben, sondern auch gewaltsam für die Unabhängigkeit vom südlichen China. Es war ein ganz normaler Sonntagmittag. Das Hearthstone-Grandmaster-Turnier ist in vollen Zügen und ein chinesischer Spieler namens Blitzchang machte Folgendes in seinem Interview nach dem Match. Blizzard bannte am selben Tag noch den Spieler von jeglichen Wettkämpfen, nahm ihn all sein Preisgeld wieder weg, stellte in Höchstgeschwindigkeit das VOD vom Turnier auf Offline und feuerte die zwei ansehenden Kommentatoren dazu noch gleich mit. Blizzards Reaktion machte natürlich sofort Schlagzeilen und sorgte für ziemlich große Empörung. Und so stellten sich einige Leute die Frage, warum zum Teufel kehrt sich eine amerikanische Videospielfirma, die Spiele programmiert und in einem demokratischen Land sitzt, so sehr dafür, wenn ein asiatischer Hearthstone-Spieler zum Protest gegen eine kommunistische Partei in China aufruft. Okay, Speedrun-Erklärung. Es gibt in China eine Firma, die heißt Tencent. Das ist by the way der größte Videospielentwickler der ganzen Welt, hat aber noch keinen Schwanz, was von gehört. Diese Firma steckt ganz schön viel... Wir kennen Tencent uns dem zu gut, nicht wahr, Chat? Wir kennen Tencent sehr gut als die komplett den Spieler. ...wohnen alle möglichen Firmen auf der Welt und die Chefe dieser Firmen können sich dann dadurch mehr Yachten leisten. Sollte also mal eine Firma etwas tun, was die chinesischen Investoren gar nicht mögen, ist das Geld auch wieder weg. Also heißt es Schuhe lecken, den roten Teppich ausrollen und bloß nicht in irgendeiner Weise Winnie-Pooh erwähnen. Riot Games, die Macher von League of Legends, gehören sogar zu 100% Tencent. Tier, eine Liste mit all den Firmen. Juhu. Best companies in the world right now are companies like Tencent and ByteDance. Und fragt euch mal, warum in allen möglichen Spielen immer diese hässlichen chinesischen Neujahrskins und Events rauskommen. Jep, das ist subtile Propaganda, um China als wunderbares, tolerantes Superland darzustellen. Nein, wir stecken keine Leute in Arbeit-Camps. Wir sind China und feiern mit euch das Chinesen. I mean, es ist auch primär einfach der Fall, also League of Legends zumindest, dass halt viele Leute das einfach kaufen, right? Es ist halt ein sehr populäres Game in China, also machst du halt Skins, die auch in China gut verkauft werden. Aber I guess es ist zum Teil auch das, was er jetzt erzählt, I guess. Also würde ich jetzt nicht ausschließen, aber bei League auch. Das liegt nicht unbedingt besser als Blizzard. Es ist ein Neujahr im Fortnite. Warum besitzen Frans, wenn du nur die Replika in Tiong Dicheng besitzen kannst. Mit Tencent haben wir also eine riesige Monopolfirma, die in China sitzt, von der Regierung gesteuert wird und gleichzeitig enormen Einfluss auf die größten Firmen der ganzen Welt hat. Ja, ich sehe da absolut gar kein Problem. Und ja, auch Blizzard musste klein beigeben, als Papa Tencent wieder am Telefon geschrien hat, dass man doch ganz schnell den bösen Hearthstone-Spieler, der sich für Hongkong aussprach, bannen soll. Tja, das heißt nichts umsonst, löse Dich von jedem freiheitlichen Gedanken, wenn Du je an der warmen Brust Chinas Nuckeln willst. Und genau dieser Sachverhalt fand seinen Weg dann irgendwann auch auf Reddit. Und noch am selben Tag startete mit dem Hashtag Boycott Blizzard, eine der größten Videospielproteste der Gaming-Geschichte. Also erstmal gab es haufenweise Spieler, die sich dazu entschieden, ab jetzt keinen einzigen Blizzard-Titel mehr anzufassen oder ihr WoW-Abo beendeten. Oh mein Gott, was passiert mit mir? Bilder von verbrannten Blizzard-Spielen, Videos wie komplette Accounts gelöscht oder bis aufs Wesentliche reduziert wurden. Und Leute fingen an, sich wieder den altbekannten Gaming-Klassikern zu widmen. Und auch die Blizzard-Mitarbeiter machten mit, versammelten sich vor dem Hauptgebäude und überklebten das berühmte Schild vor der Statue mit der ironischen Aufschrift Jede Stimme zählt. Eine zahlreiche Blizzard-Version vom China-Tiananland Square Massaker wurden erstellt und fanden ihren Weg in das Internet. Leute schrieben komplett sinnlose Mails, um irgendwie die Postfächer vom Blizzard zu überlasten. Ich wurde von einer Harpune getroffen! Okay, scheiß drauf, ich bin raus. Und auch andere Hearthstone-Spieler aus dem Turnier schlossen sich der Sache an. Jep, und Blizzard hießte Irlandsfeuer und bannte auch diese Spieler für ihren Protest. Man würde ja laut dem Regelwerk keine politischen Statements oder Proteste in der Firma akzeptieren, hieß es. Und so einigte man sich darauf, die Overwatch-Held. Aber das ist jede Firma jemals, no? So im Juni auf einmal muss das vermarktet werden. Also irgendwie wie Dezember mit Weihnachten. Jede Firma jemals. Den May zum offiziellen Pro-Demokratie-Symbol der Spieler zu machen. Wenn wir May in ein Pro-Hong-Kong-Symbol verwandeln, könnten wir das Spiel in China gebannt kriegen. Modern Problems Aber seht euch um! Jemand muss etwas tun! Wir müssen etwas tun! Die Welt versinkt im Chaos und braucht Helden! Seid ihr dabei? Daraufhin wurden zahlreiche Kommentarsektionen gesperrt und Blizzard sorgte dafür, dass man seinen Battle.net-Account nicht mehr deaktivieren konnte. Logischerweise, damit die Spielerzahlen nicht weiter sanken. Das muss die beste Woche sein, die IE. und Ubisoft seit Jahren hatten. Bis dann Wochen später endlich das erwartete halbherzige Statement kam. Ich will ein paar Worte sagen. Ich bin sorry. Das Preisgeld wurde zurückgegeben. Der Bann wurde etwas reduziert. Doch der Rufschaden an Blizzard war bereits passiert. Ich will klar sein, unsere Reaktionen in China hatten keine Influenz auf unsere Entscheidung. Utter, complete Bullshit. Und rückblickend zeigte sich ein Haken an der ganzen Sache. Wer glaubt ihr, leidet am meisten, wenn auf einmal zahlreiche Leute anfangen, ihre Blizzard-Spiele zu deinstallieren und die Firmen-Einnahmen sinken? Sehr wahrscheinlich nicht die großen Chefs der Firma. Und genau das hat man später auch gemerkt. Bobby Kotick feuert über Nacht hunderte Mitarbeiter. Ich will hier auch nochmal in den Raum werfen, dass Bobby Kotick 30 Millionen Dollar im Jahr macht, während sich die gefeuerten Mitarbeiter weinend und umarmend vor dem Parkplatz trafen. Bitte, du darfst die Karte nicht spielen. Und jetzt aktiviere ich Bobby Kotick. Nooo! Ich meine, was zum Teufel will dieser Mann überhaupt mit seinem Geld? Etwa zur Jeffrey Epstein-Insel fliegen? Oh, sorry, falsches Bild. Was haltet ihr von diesem süßen Hund hier? Als die ganze Sache wieder abflachte, wurde dann später überhaupt nicht scheinheilig noch ein Black Lives Matter gepostet und Bobby selber war der Meinung, dass sich Blizzard eigentlich überhaupt nicht politisch engagieren sollte. Also ich habe meinen Blizzard-Account wegen der Hongkong-Kontroverse gelöscht. Jetzt will ich aber das Overwatch-Halloween-Event spielen. Wie bekomme ich meinen Account zurück? 2020 kam dann immer noch kein neues Spiel. Dafür bekam Warcraft 3 ein Remake. Das Spiel war damals enorm beliebt und bereits 2018 wurde angekündigt, dass man dem 16 Jahre alten Spiel eine Überarbeitung verpassen möchte. Aber dieses mit dem, dass es gecancelt wird, der Boykott Blizzard, es kann auch, also das kann auch ganz schnell Boykott League of Legends werden, I'm just saying. Also der Unterschied ist ja nicht wirklich groß, wie gesagt, wir haben 100% Tencent owned und Riot hat in Vergangenheit eigentlich immer komplett Elif Integrity sehr gut bewahrt, aber zum Beispiel letztes Jahr, das war noch, also letztes Jahr war schon sehr China-Biast, dass die Chinesen als Einzige nicht anreisen mussten für das MSI-Event, während Vietnam ausgeschlossen war von Worlds und nicht nach Island einreisen durften, konnten, von Saus aus spielen durften, bessere Match-Schedule bekommen haben und das sind ja nur kleine Sachen, ist noch nicht so was wie die Sachen mit Hongkong. So, Amina, Amin. Aber then again, was wird eigentlich Boykotts dann, I guess, für Blizzard hat er für ein paar Tage Markt, Wert-Einbrüche und wenige Leute haben es gespielt und mittlerweile ist es wahrscheinlich wieder Back to Old, I guess. Zwei ganze Jahre sollte das Remake in Entwicklung sein und dann kam der Release Day und Oh mein Gott, Blizzard, wie habt ihr es hinbekommen? Ein bereits komplett fertiges Spiel fehlerhaft neu rauszubringen. Biggest scam in Gaming history in 2020 Nice beta Blizzard LMA Blizzard in a nutshell Das sind die Cutscenes von der BlizzCon zwei Jahre zuvor. Das sind die Cutscenes vom Spiel als es rauskam. They fucking lie! Deine fucking Einheiten ändern die Farbe. First, I hope you guys like the style we went with. Was geht hier vor? Manche Truppen wurden remastered und manche wurden anscheinend komplett vergessen. Warum kann ich nicht mit meinen Freunden spielen? Die Idee von neuen Sprechern wurde gestrichen. Dafür gibt es jetzt sowas. Der Wind dringt einen in einem durchm Bein und ihr zittert nicht einmal. Ich starte eine neue Runde und habe sofort verloren. Defeat? What? Ich habe gerade verloren. What the fuck? Ich weiß, was das ist. Ein unsichtbar machender Tarnumhang. Das Hauptmenü ist eine So ein Banger-Game, als es rauskam. Oh, bock ich drei. Welcher Mensch hat das bitte abgesegnet? Arthas looks like a drunk. He looks like a 55-year-old drunk. Wartet, bis ihr mich im Einsatz. Jep, diese Liste von Features, die im Spiel fehlen, ist ganz schön lang. Not all that shit is in the game. Our goldmine has collapsed. Custom games are broken, the login is kind of broken, the connection is broken, the online activity is broken, the frame rate is shit, the stabilization is terrible. Lieber Support, mein Spiel funktioniert nicht. Ja, dann kauf doch einfach einen neuen PC. Fucking Blizzard! Ist es wirklich empfohlen? Hi there, Game Master Just for here and I'm just sending this email for responding to you on tickets, okay. Sorry for the landing responding tickets. TFT is still connected. If you are not able to... Okay, ja, strong. Doch einfach einen neuen PC. Fucking Blizzard! They just want Cash Bucks, Dollar, Sterling, Fortnite, B-Bucks. Drei neue Spielfehler, die ich zu meiner Sammlung von anderen Spielfehlern legen kann. Warcraft 3 vs. Warcraft 3 Reforged. Weißt du, ich habe echt Hunger? Weißt du, ich habe echt Hunger? Fuck. Du willst deshalb lieber das alte Warcraft 3 Spiel. Tja, das geht nicht, denn die alte Version wird mit dem Remake ersetzt. Das habe ich auch gesehen und du musstest es trotzdem irgendwie kaufen, no? Weil es war nicht auch ich hatte Warcraft 3 in meinem Account drin und halt hab so einen Scheiß und du musst dir bei Warcraft Reforged kaufen, um Warcraft 3 zu spielen, obwohl ich das schon besitze. Hä? War voll weird. Du musst dich als jahrelanger Spieler auf einmal mit diesem halbfertigen Müll zufrieden geben. Stating the following, Warcraft 3 Reforged refund request denied. Fuck. Geld für das Spiel zurückzubekommen war ohne Behörden so gut wie unmöglich. Wenn dein Spiel vorbestellst, verpflichtest du dich bloß für irgendwas zu bezahlen, was ein paar Arschgeigen in Kalifornien nicht mal fertiggestellt haben. Weißt du, was du für so eine Vorbestellung kriegst? Ein Schwanz in den Mund. Und dann kam das gewohnte, es tut uns so leid. Aber der hat nicht ohne richtig gute Eric. I'm very sorry and I apologize. Don't kick me no fuck! Und so Review-bomben Leute aus Frust das Spiel auf Meta-Kritik. Disappointment, Disappointment, Disappointment. The worst Remaster game ever. It's a load of donkey poo. Suicide prevention hotline number 800 273 8255. You're gonna need it. Fuck you, fuck you, fuck you, fuck you. Und dadurch wurde es über Nacht das am schlechtesten bewertetste Spiel aller Zeiten. Ganz unten. Auf dem Rang 19.095. Das Geld hat sich Blizzard ordentlich schmecken lassen. Ein paar Sachen wurden dann über die nächsten Monate gefixt, damit die Leute aufhören zu nerven. Und dann ging es weiter zum nächsten Projekt. Wir schreiben mittlerweile 2021. Blizzard hat immer noch kein neues Spiel rausgebracht. Und dafür kommt etwas ans Licht, was der Firma den absoluten Gnadenstoß verpassen sollte. Blizzard Entertainment wird vom Bundesstaat Kaliforniens angeklagt wegen sexueller Belästigung auf dem Arbeitsplatz. Ladies and gentlemen, we need to talk about Activision Blizzard. Over the way, a new sexual harassment lawsuit claims the company has treated women for years. I think at this point it's safe to say Activision Blizzard is the most evil video game company ever. Das Ganze hat unfassbar schnell Schlagzeilen gemacht. Und plötzlich meldeten sich Ex-Angestellte, anonyme Mitarbeiter und andere Instanzen zu Wort, bis am Ende über 500 Beschwerden zusammenkamen. Und so merkte man, dass diese sexuelle Belästigung nur die Spitze des Eisbergs war. Eins, Zwei, 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 drei! Laut der 29-seitigen Klage spielen männliche Angestellte während der Arbeitszeit primär irgendwelche Videospiele, meistens Call of Duty. Die Arbeit wird dafür an die Frauen delegiert und überall im Büro steht Alkohol rum, was dazu führt, dass sich viele Mitarbeiter den ganzen Tag über besaufen. Wilder Arbeitsplatz. Viele im Chat würde das genießen. Was im Nachhinein auch so einige Spielpatches erklärt. Es gab regelmäßig eine Art nachhinein auch so einige Spielpatches erklärt. Ist das Asmongold ohne lange Haare? Was hat er das wirklich gemacht? Was im Nachhinein auch so einige Spielpatches erklärt. Okay, not too bad, ja. Es gab regelmäßig eine Art Büro-Event namens Cube Crawl, bei dem sich Männergruppen an einem bestimmten Wochentag gemeinsam im Büro betranken und dann durch das Gebäude liefen, um Frauen auf verschiedenste Weise zu belästigen und einfach nur Unsinn zu bauen, während mein fucking Pferd in Diablo seit Wochen immer noch Buggy ist. Was zum Teufel treibt die auf der Arbeit? Sir, sie haben den Job. Außerdem wurden zahlreiche Lines auf der Mitarbeiter-Toilette gezogen. Frauen bekamen aus Prinzip weniger Geld, obwohl sie doppelt so viel leisteten, einfach weil sie Frauen sind. Und Angestellte wurden regelmäßig mit Flaschen beworfen. Frauen haben keine Gehaltserhöhungen bekommen, weil sie ja vielleicht irgendwann schwanger werden könnten. Und es wurden heimlich Kameras auf der Darm-Toilette installiert. Was zum Fick? Lasst mich kacken. Das habe ich gar nicht so mitbekommen, so intensiv. Ich habe es am Rand mitbekommen, aber niemals die Ausmaße, die es schon erreicht hat. So wenig Lohn bekommen, dass die ganze Mahlzeiten überspringen mussten, um ihre Miete zu bezahlen. Woher wusstest du, dass ich bei Blizzard arbeite? Vergess nicht, Bobby Kotick macht 40 Millionen im Jahr. Konnten sich nur Haferpflöcken zum Essen leisten. Du willst als Frau Urlaub nehmen? Du musst ein einseitiges Essay darüber schreiben, wie du deine Zeit im Urlaub nutzen wirst. Blizzard, are you serious? It must be a dream to work out. Ob du bei Blizzard angestellt wirst, ist auch davon abhängig, ob du gut aussiehst oder nicht. Es gab ein Apartment von Blizzard-Mitarbeitern mit dem Namen Cosby Suit, genannt nach dem verurteilten Vergewaltiger Bill Cosby, in der sich regelmäßig Mitarbeiter versammelten, um dort besoffen Partys zu feiern und Koks zu nehmen. Die sogenannten Hot Chicks wurden davor für das Zimmer rekrutiert. Meistens waren das Frauen von der BlizzCon, die Fan von den Spielen oder Entwicklern waren. Komm mit ins Hotel und ich geb dir 20 Lootboxen, Baby. Welche dann dort abgefüllt worden sind und dann, naja, ihr wisst schon, Mensch, ärgerlich nicht gespielt haben. Junge, what the fuck is this? Noch von den Konz, den fucking Konvenz? Ja, so, I don't know, keine Worte dazu. Honestly, das ist absolut crazy. Ich hab nicht gewusst, dass das dieses Ausmaß hat bei Blizzard. Von einer Mitarbeiterin wurden Nacktfotos auf einer Firmenveranstaltung rumgereicht. Sie ist dann nach Hause gefahren und hat sich umgebracht. Alter! Es gab mehrfach Fälle, bei denen ein unbekannter Angestellter die abgefüllten Muttermilchflaschen von Mitarbeiterinnen aus dem Kühlschrank klautte, auch genannt der Muttermilch. Alter, what the fuck? It's so ridiculous. Das ist so absurd. 4chan fand die Story genauso krank wie alle anderen auch und hat sich CIA-mäßig sofort auf die Suche gemacht, um den Muttermilchdieb zu finden. Als wäre das ein Internet-Sidequest mit dem Namen Findet den Milchbanddieben. Nur um dann herauszufinden, dass das Ganze selber ein 4chan-User war, der das vor Jahren schon einmal auf der Plattform postete. Drink it before your workout for maximum gain. What the fuck? Dann kam raus, dass wichtige Dokumente, die von Kalifornien für die Untersuchung angefordert wurden, absichtlich geschreddert wurden. That'll stop everything. Dann kam noch raus, dass Bobby Kotick von diesen ganzen Sachen wusste, es ihm aber offensichtlich egal war. Doch als er merkte, dass die Leute ziemlich sauer waren, meldete er sich höchstpersönlich mit einem Statement zu Wort. Er ist echt ein Psychopath. Außerdem hat er daraufhin eine Frau eingestellt, die ab jetzt für eine gesündere Arbeitsatmosphäre im Büro sorgen sollte. Eine Frau, die seit Jahren dafür bekannt ist, Kriegsverbrechen und Foltermethoden zu glorifizieren. Ja, wer könnte nur besser geeignet sein? Just a regular day in the Blizzard Entertainment Office. Streamer haben daraufhin aufgehört, Blizzard-Spiele zu streamen, Spieler veranstalteten digitale Protestaktionen und deinstallierten die Spiele erneut. Und auch vor dem Büro sammelten sich Mitarbeiter erneut und protestierten gegen die herrschende Arbeitsethik bei Blizzard. Working at Blizzard was my dream job. Invited to have casual sex with my supervisors. It was told they were just joking. And I should get over it. We don't need more corporate blah blah blah. Außerdem entstand die wunderbare Schlagzeile Activision Blizzard ermittelt Activision Blizzard und fahrt heraus, dass Activision Blizzard absolut nichts falsch gemacht hat. Und um die Spieler wieder ruhig zu stellen, wurde ein In-Game-NPC, der nach einem Mitarbeiter benannt wurde, zu einer Frau gemacht. Der Name vom Cowboy McCree wurde geändert. Der Name ist McCree. Okay, ich glaube, sie haben es wieder geändert. Es gab das gewohnte Entschuldigungsstatement. Wow, das ist wertvoll. Welcoming and inclusive workplace. Und sexuell suggestiver In-Game-Content wurde zu Obst verwandelt. Jack, ich möchte, dass du mich so zeichnest wie die Mädchen in World of Warcraft. Hello Blizzard, I think you forgot something. Und ein paar Monate später verzeichnete Blizzard dann trotzdem wunderbare Zahlen. Keiner redete mehr über den Skandal. Und so feuerte Bobby Kotick erstmal aus dem Nichts ein paar Mitarbeiter, um die Ausgaben der Firma zu reduzieren. Welche dafür als Entschädigung eine 200 Dollar Battle.net Gift Card in die Hand gedrückt bekam. Oh Gott, ich bin arbeitslos. Dafür habe ich jetzt eine Schildkröte. Ein Jahr später gab es dann noch eine Anklage gegen Blizzard, die zeigte, dass sich offensichtlich kaum was geändert hat. Man würde aber jetzt ein Mitarbeiter-Ranglistensystem führen, was wohl so viel heißt wie Oh, du hast seit drei Tagen keine Frau belästigt. Du kriegst ein gut gemacht Sternchen. Und vergiss nicht, bei fünf Stück kriegst du ein Sandwich umsonst. 100 Honor-Points have been deposited into your account. Oh, let's go! Und dann wurde angekündigt, dass man... Und das war erst vor zwei Jahren? Ich habe das null gemerkt. Ich habe das gar nicht mitbekommen. Ich meine, ich spiele auch keine Blizzard Games. Wir hatten letztens bei einer Wii-Challenge und hatten wir Heroes of the Storm mit drin. I never knew this. Zwei Jahre. Das klingt so, als man würde meinen, es wäre nicht mehr möglich zu dem Zeitpunkt. Aber es bedeutet eigentlich nur, dass es heute auch noch genauso möglich ist. Und wer weiß, was die nächste Form, was sich einen solchen Skandal aufdecken lässt gegenüber. Verschleien werden es alle versuchen, of course. Aber es ist ja crazy. I never knew. Noch nie gemerkt. Jules, bittest mich jeden Tag weiter, wenn wir auf dich reagieren. Nach der ganzen Kritik der Spieler, jetzt endlich für mehr Diversität in den Spielen sorgen möchte. Und das mithilfe eines Diversity-Tools, welches verschiedene Charaktere aus Blizzard-Spielen anhand bestimmter Eigenschaften katalogisiert und somit als unterschiedlich divers einstufen kann. And this is Lucio. He is a DJ living in Brazil. So he is a little bit out from the norm. Anna als Beispiel kriegt Punkte dafür, auf einem Auge blind zu sein, aus Ägypten zu kommen und anscheinend einfach, weil sie eine Frau ist. Und als das Schlagzeilen gemacht hat, stellten sich einige Spieler ein paar Fragen. Finally, a ranking system that Goku can't win. Wie zum Teufel soll man bitte Bastion einordnen? Es ist ein gottverdammter Roboter. Ist das divers? I'm gay. Oder Winston? Es ist ein Affe mit Sehschwäche und somit wahrscheinlich sehr divers? Dieser Orki hat zwei Köpfe. Wow, das gibt zehn Diversitätspunkte. Crowballs, we did it. My season is my level. Wie divers ist mein Level 20 Panda? I mean, es hat wie dieser Dude gesagt, dieser Bobby Kotekno. Es geht nicht darum, das Spiel zu mögen und es profitabel zu machen. Es geht nicht um kreative Ideen, sondern welche Idee lässt sich vermarkten, mit welcher Idee steht man auch politisch ganz gut da. Und ja, so divers wie möglich zu sein, ist ja in der Mode. Also schließt man sich da an und scheißt auf kreative Charaktere, die man mögen könnte. Einfach als, was lässt uns in guten Lichter stehen, was vermarkt sich gut. Ey, es ist Juni, wir vermarkten es jetzt mit der Regenbogenflagge. Ey, es ist Dezember, wir markten es hier mit. Einfach auch kein Herzblut als Gaming dahinter, ganz unabhängig von politischen Skandalen oder so. Ist einfach dumm. Aber, es wird halt von allen angewandt, right? Aber das habe ich auch noch nicht mitbekommen bei diesem Chart. Aber ich meine, das ist ja nicht Blizzard-spezifisch. Diese Art Diversity ist ja überall so als Marketing benutzt worden in den letzten paar Jahren, right? Bio-Kostüme. Super Mario! Okay, hier wird es ein wenig schwerer. Ähm, den hier überspringen wir vielleicht einmal. Oh, ein Zitterall, der kriegt 10 Punkte für Kultur und 10 Punkte für Gender-Identität. How the fuck did this get through PR? Nun, neben den ganzen Memes und Jokes, die daraus resultierten, kann man sich hier eine essentiell wichtige Frage stellen. Ist es nicht etwas problematisch, alle Charaktere nach Hautfarbe, Rasse, Sexualität und Herkunft jeweils schlechter und besser einzuordnen und sie miteinander zu vergleichen und zu bestimmen, wer von ihnen der bessere Mensch ist? Fuck casual racism, we're going ranked. I don't care what you think. Make a game and shut the fuck up. Und dann kam 2022 und nach zahlreichen Jahren kam... Aber es sind nicht um besser oder schlechter No von den Charakteren. So habe ich es jetzt jeweils nicht verstanden. Es ist einfach quasi, was vermarktet sich gut, womit verdienen wir Geld. Ich glaube, ich habe jetzt keine Wertung vor... Also ich habe jetzt keine Wertung gesehen oder I don't know. What the fuck do I know? ...wieder ein neues Spiel unter Blizzard Entertainment raus. Ein Titel, welcher vor vier Jahren bereits angekündigt wurde. Machen wir einen kurzen Timeskip zu 2018. Die diesjährige BlizzCon wird eröffnet und zahlreiche Gamer versammeln sich vor der Bühne, um die Ankündigung des neuen Blizzard Titels zu hören. An epic year. Dude. So many people just waiting outside. This is it. They were waiting all year for this moment. Die Ankündigung so exklusiv, dass man 40 Euro zahlen muss, um den kompletten Livestream online schauen zu können. Is Reaper Mexican? Und dann war es soweit. Die Vorhänge fallen. Da haben Leute 40 Euro gezahlt, um den Stream zu gucken? Okay. Strong. Strong. Neun großen BlizzCon. Ah ja, jetzt ist der Handy-Moment. We love Diablo. Oh mein Gott. Der Chat rastet aus. Es ist endlich Diablo 4. I was here. What's wrong with his hair? Doch plötzlich fallen die Worte Mobile Devices keep us closer than ever to our friends and loved ones. Und auf einmal bestand der Chat nur noch aus langgezogenen und enttäuschenden Nose. Nothing brings a family together like Slave even. Mission failed. We'll come next time. Die Fragerunde startet. Ein paar sinnlose Fragen später und ein Mann mit einem roten Shirt Ich dachte, das ist der Red Chat Guy, ja. Den Glatzkopf tut. Red Chat wusste genau, was jetzt kommt. Plötzlich erscheint eine Bossleiste über seinem Haupt. Bossmusik fängt an zu spielen. Der Mann auf der Bühne deutlich underlevelt. Hey, I'm wondering is this an out of season April Fools joke? No, it's a fully fully fledged Diablo experience on mobile. Die Tradition führte sich fort. Die drei Typen in roten Shirts waren komplett. Red Shirt Guy Red Shirt Guy The actual Red Shirt Guy Red Shirt Guy Is there any plans to make this playable on PC? We don't have any plans at the moment to do a PC Do you guys not have phones? Ich hab auch ne Mikrowelle. Ich hab auch ne Mikrowelle. Ich will trotzdem kein Diablo drauf spielen. Trust. Die Leute waren offensichtlich empört über diese Ankündigung denn allen war klar es wird ein halbherziges Free to Play Pay to Win Mobile Game um den chinesischen Trend der Live Service in die Spiele nachzurennen und einfach nur ein bisschen Geld abzugreifen. Doch der Shitstorm hat sich schnell beruhigt denn es kam kurze Zeit danach Fallout 76 raus und das war nochmal ein anderes Kaliber Zurück zu 2022 und das Spiel kam raus mitsamt zwei Absolut und das ist dann dieser Wechsel von extrem tiefen politischen Themen wo einzig Exale so gefickt wurden dass sich die eine Frau sogar erhängt hat und ähm zu dem was es jetzt geworden ist das Video Alter Jules macht geilen Content aber ist immer sehr schnell fast paced und highly edited aber du hast gar keine richtige Zeit das zu verarbeiten weil es ja direkt weitergeht Schlag auf Schlag also es ist eine Menge Informationen die du kriegst von dem Dude der hofft also ne aber Alter gerade der Themen wächst jetzt wieder zu lighthearted ist so schnell ist irgendwie hart Bits zu bekommen so I don't know mit einem riesigen Review-bombing auf Metacritic Das schlechteste Spiel aller Zeiten mit einer Wertung von Stärken 0 und 3 Es gibt 21 verschiedene Währungen in diesem Spiel für die man fast alle Geld ausgeben kann um deinen Charakter komplett zu upgraden müsstest du 110.000 Dollar ausgeben oder du musst einfach Geld ausgeben es gibt 21 ein verschiedene Währungen in diesem Spiel für die man fast alle Geld ausgeben kann um deinen Charakter komplett zu upgraden müsstest du 110.000 Dollar ausgeben aber der Abloid war doch trotzdem extrem beliebt no ich habe mehrere 24 Stunden Livestreams gesehen als es rauskam von verschiedensten Leuten aus aus der Twitch sehen allein in Deutschland allein da musst du aufhören und das ist noch ein viel kleinerer Skandal als das davor aber then again FIFA ist auch beliebt ja ich weiß I know Chad dass es Immortal ist I get it aber ich meine dass allein nach diesen Immortal Dingen das Teil des Games ist doch Diablo 4 niemand hätte so supported werden sollen das ist was ich meine dass ich für Diablo 4 extrem viele Werbung gesehen hab und so und wenn das der Blizzard Skandal davor war und dann allein das schon mit dem Geld Menge die du ausgeben musst für dieses Game und auch davor mit dem ganzen politischen Skandal der Blizzard das krass das Diablo 4 so eskelte dass kein Hahn mehr nach gekrelt hat das war was ich meinte du musst einfach nur zehn komplette Jahre am Stück Diablo Immortal spielen hey du bist fällig ich geh grinden überlevel mich bis Ultimo hol mir ein fettes feuerschwert und dann bist du fällig das ist dein Loot wenn du Diablo Immortal free to play spielst das ist dein Loot wenn du Geld in Diablo Immortal ausgibst wow hey leute willkommen zu meinem let's ähm hey leute willkommen zu meinem Diablo Immortal Diablo Immortal Diablo Immortal Diablo Immortal wow dein Spiel ist wirklich immersiv es fühlt sich nämlich an als wäre ich wirklich in der Hölle 800% extra value ich würde verlieren Geld wenn ich nicht das dass 2,045% es gibt ganze Seiten auf denen man simulieren kann wie viel Geld man verlieren würde bis man so ein Emblem ergambelt kriegt man könnte jetzt auch meinen das Spiel sei total gefloppt alle haben es gehasst die Entwickler wurden noch vor Release live ausgebucht und sogar die Aktie hatte kein Bock auf das Spiel insgesamt wäre es also ein totaler Belust für Blizzard doch Diablo Immortal hat 100 Millionen Dollar gemacht und im ersten Jahr 525 Millionen und ist somit nach Pokémon Go das am besten verkaufte Mobile Game auf dem Markt ok wie kann das sein jeder Entwickler der Mikrotransaktionen anbietet unterteilt alle Spieler in verschiedene Seetiere ja wirklich die große Anzahl der Spieler sind Fische diese geben nichts oder maximal 5 Euro aus ich kann ihr Geld nicht annehmen Mr. Krabs das Gaming doch meine Leidenschaft die Wale die sich ab und zu mal was im Spiel gönnen oder vielleicht um die 50 Euro im Monat ausgeben und dann gibt es mit ca. 1-2% der Spieler die Haupteinnahmenquelle der Entwickler die Wale ein männlicher Buckelwahl ein Sänger hä? hast du etwa noch nicht einen Tag nach Release alle Skins in diesem Spiel freigeschaltet? nein ich bin gar nicht viel stärker als ein normaler Free2Play Spieler das hier ist ein Wal der mit seinem Pay2Win Charakter alle Leute im PvP kippt doch hier ist es auch nochmal wichtig zu erwähnen dass die meisten Wale nicht einfach nur komplett dumm sind sondern teilweise auch extrem spielsüchtig und blizzard nutzt das ganze natürlich schamlos aus und es gibt ellenlange Videos über die psychologischen Vorgänge um die großen Wale zu fangen ein Wal hat sogar so viel Geld ausgegeben dass er zu stark war um überhaupt in das PvP Matchmaking zu kommen und somit nicht mehr gegen andere Menschen antreten konnte und der Win ist auch nichts mehr wert of course weil du ihn dir einfach davor schon lange gekauft hast nicht wahr? aber dieser Spielsuchtaspekt der in all diesen Games umgesetzt wird der ist so OP der ist so OP und den haben wir überall über die Hextech Lootboxen generell und ich war so süchtig in Forstrap mit genau das gleiche mit dem scheiß Router Upgraden und so mit der Tinktur dass die nicht zerbrechen kann und all so den Scheiß und dann Glück haben ob es 1, plus 2, plus 3 oder ob es zerbricht und dann kannst du nicht zerbrechen weil du die Tinktur gekauft hast für normal Geld da war ich auch fucking addicted und ich bin so happy dass League das nicht hat League hat Hextech Lootboxen die immer noch disgusting sind in der Art und Weise wie sie 10 also funktionieren aber es ist God bless kein Pay2Win so sobald das kommt ist das Game auch einfach kein guter E-Sport mehr of course und das ist ja das was für mich League so besonders macht Pay2Win kombiniert mit Gambling und halt den Erfolg und den Level den Status Upgrade in der Hierarchie auf dem Server in dem Gamework und mal das ist so OP als Mechanik um Leute abzuholen mich hat es damals als 13-Jähriger komplett gecatcht in Forstory oder was das da war 12 oder so wie alt ich da war ja ich war krasser an meiner Gilde weil ich eine krasse Route hatte die ich mit Glücksspiel freigeschaut habe basically und würde mich safe heute wenn ich das damals nicht so erlebt hätte immer noch abholen diese Glücksspielerfahrung war auch geil früh zu haben halbwegs halbwegs früh aber shit ist crazy 200 Euro Chroma für Echo und Gin ja 200 Euro Chroma ist auch komplett es ist wild aber you know es ist zum Glück nur kosmetisch ich sag nicht dass League viel besser ist aber es ist immerhin nur der Glücksspielaspekt ist nicht noch verbunden mit krasserem Status im Spielerlevel du hast immer noch krasseren Status Leute sagen Alter wow du hast den Skin vielleicht Diablo Immortal Spieler den ganzen Server alleine clearn kann sondern du bist halt immer noch nur so ein Dude mit einem anderen leuchtenden T-Shirt im einsamen Thron als Gewinner in einem Pay-to-win-Game Deutsche behaupten sie hassen Diablo Immortal geben mehr Geld dafür aus als Briten Franzosen und Spanier zusammen ok Leute wer von euch war da doch allen war klar der kommende Release von Overwatch 2 sollte das alte nostalgische Blizzard wieder zum Leben erwecken alles fing an mit der großen Gänsehaut Trailer Ankündigung auf der Blizzcon 2019 und oh mein Gott Jeff Kaplan ist dabei aber ich muss wirklich mal sehen was Overwatch hat dass sie Overwatch 2 und die弓in jetzt kommt das eh oh shimmuchin no kei okre Los, Tracer, sagt einen Satz. Die Kavalier ist da! Aus London, yeah! Guck dir das? Guck dir das? Ja, Jeff, wir f***ing like it. Story-Emissionen, und zwar Hunderte. Tonne PvE-Kontent. Wir werden eine komplette Story-Experience haben. Overwatch 2 wird die PvE-Kampagne, auf die die Spieler schon seit Jahren gewartet haben. Ein ganzer Map-Trailer. Neue, epische, coole Charaktere. Release-Date-Reveal-Trailer. Jeffs-Corner-Pizza-Laden. Man kann die Fähigkeiten seiner Charaktere anpassen. Vier Jahre Entwicklungszeit für diesen Titel. Und dann erschien das langersehnte Overwatch 2. Und zahlreiche Spieler lockten sich in das Spiel ein, beziehungsweise versuchten sie es. Denn die nächsten Tage nach dem Release waren die Serverüberlassungen so groß, dass sich Leute gar nicht mehr einloggen konnten oder für Ewigkeiten in der Warteschlange feststeckten. Solltest du es irgendwie durch die stundenlange Warteschlange schaffen, hast du in den meisten Fällen aber trotzdem eine Fähigkeit. Ich muss sagen, bei mir persönlich, Overwatch 2, oder generell auch Overwatch, ich habe es nie gespielt. Ja, letztes auch bei einer Win-Challenge. Und wir haben es auf der Gamescom auch ein bisschen gehabt auf der Bühne. Aber ich habe basically nie gespielt. I don't fucking know. Und den Hype habe ich auch überhaupt nicht mitbekommen. Ich merke, je mehr ich mich außerhalb der League-Bubble zu bewegen, desto mehr merke ich so, I don't know what happened. Das ist echt mal wirklich, ne? Wir haben auch eine Menge Videos, um uns weiterzubilden hier. Das ist eine Menge guter Content. Um zu lernen. Overwatch 1 war bar, aber 2 ist Müll. Was genau und 2 ist schlechter, lieber Turtle Recall? Was war da so bad dran? Oder was genau hat es so terrible gemacht? Dafür in League All-Knowing. Ja, in League auf jeden Fall war einiges besser. Was war so bad in Overwatch 2? Was war so terrible? Das Video erklärt es, aber ich will mit euch mitfühlen können, um dann entrüstet zu sein. Wenn ihr es mir sagt, oder jetzt ein Gefühl dafür gebt, für eure Emotionen lasershaft, kann ich gleich mehr mit dir mitfühlen, wenn es mir Jules nochmal erklärt. Feel me? Das ist basic, das gleiche gehen nochmal. Okay, ich gucke es jetzt schon an, Chat. Ich wollte noch Zeit storyn, für die, die gerade Werbung gittet haben. Aber scheinbar wollte ich nicht, dass ich Zeit storyne. What? Ich kann singen. Fuck! Für einen Reddit-User war die Warteschlange so lange, dass er in der Zwischenzeit rausgegangen ist und einen neuen Freund in einer Bar gefunden hat. Er ist ein Reddit-User. Thanks Overwatch 2 for giving me the opportunity to meet Kevin. Und als die Warteschlangen wieder kürzer wurden, lockten sich die Spieler ein, in den einer Art Hölle gleichenden Release von Spiel. Warum bin ich in der Wahn? Warum falle ich durch die Map? Ich werde im Spawn eingesperrt. Error LC 208. Was ist falsch mit meinen Charakteren? Wow, nice cop, Genji. Estrin kann seine Ultimate unendlich oft einsetzen. What the fuck? What the fuck? I hate this game! Man kann mit einer Fähigkeit den ganzen Server crashen. Brigitte hat einen unzerstörbaren Schild. What? Wait, what? Unendlich viele Laser-Bullets. Unsichtbare Gegner. What a great fucking game. Warum brauche ich ein registriertes Handy, um Overwatch 2 spielen zu können? Overwatch 2 requires mandatory cock inspection. Warum habe ich minus Overwatch-Coins? You owe Blizzard money. Mein ganzer Bildschirm ist zensiert oder mein Charakter hat einfach nur keine Brille auf. Wait, really? Es gibt einen Bug, bei dem alle Overwatch... Also, der Brille ist sehr immersiv. Das ist extrem immersiv mit der Brille. Charaktere eine Glatze haben und glatzköpfige Spieler scheinen diesen Bug zu lieben. Overwatch 2 nimmt aus Sicherheitsgründen den kompletten Voice-Chat der Spieler mit auf. What did you say to me, little shit? Nur nach 35 Gigabyte anhören, dann hab ich endlich Feierabend. Warum brauche ich 100 Matches, um die neuen Charaktere freizuschalten? Ah, warte, ich muss mir ja einfach nur den Battle Pass kaufen. Ein Battle Pass, mit dem man sich keinen einzigen Coin zurückverdienen kann. Scan. Ich scan. S-C-A-M. Wie bitte? Ihr findet das unfair? Sorry, ich kann euch nicht hören. Ich habe Geld im Ohr. That's why I give my kids... Overwatch 2. Warum muss ich 8 Monate lang Weekly Challenges machen, um einen einzigen Skin zu kaufen? Warum sind alle neuen legendären Skins eigentlich nur normale Skins mit ein paar ausgetauschten Farben? Our expectations for you were low, but holy fuck. Warum muss ich 12.000 Dollar ausgeben, um die alten Cosmetics freizuschalten? Und wenn ich alle Cosmetics freizuschalten möchte, brauche ich die Latte 327 Jahre. Dann bin ich aber leider schon tot. I'm not going to live 327 years. Does anyone have any ideas on how to extend their lifespan? Hier meine Lok in da. Bitte spiel für mich weiter. Aber no joke, ich werde mal safe mein League of Legends Account vererben. 100 Prozent. Oder? League lebt ewig. Ich vererbe den an die Kinder meines Bruders oder so. Safe. Safe. Also, nimm es. Nimm es, Kind. Hier ist es. Es hat noch Skins aus Season 2. Nee, Season 3. Nimm es. Account Sharing Scheiße. Warum kauft ein Random Bug im Spiel automatische Skins aus dem Shop für mich? Warum ist das derselbe Preis wie gestern, nur mit einem plötzlichen Rabatt daneben? Das ist in den meisten Ländern nicht einmal legal. Das neue Geldsystem ist so unfassbar undankbar, dass sich Leute tatsächlich die Lootboxen wieder zurückwünschen. Nun, versteht mich nicht falsch, es kamen natürlich auch ein paar gute Sachen dazu. Und das Spiel kann auch Spaß machen. Aber für vier Jahre Entwicklungszeit haben die Leute vielleicht ein wenig mehr erwartet. Mein neues Restaurant ist direkt den Namen Krosse Krabbe 2. Was hat sie dazu inspiriert, eine zweite zu bauen? Monet. Aber hey, kein Problem. Es gibt ja noch die Kampagne. Die groß angepasst, zahlreiche Missionen, die man mit seinen Freunden meistern muss. Hundreds of Hero Missions. Die Overwatch-Charaktere, die man skillen kann und die ganzen coolen Sachen, die man halt soeben in den Trailern gesehen hat. Also, wie sieht's damit aus? We can't deliver on that original vision for PvE that was shown in 2019. What that means is that we won't be delivering that dedicated hero mode with talent trees, that long-term power progression. Those things just aren't in our plans anymore. And we know that this is going to be disappointing to many of you, which is why we wanted to bring it up before we talked about the roadmap. Ja, ihr hört richtig, die Overwatch 2-Kampagne wurde gecancelt. Ich bin mit Overwatch, Leute. Ich kann nicht mehr spielen. Willkommen zur heutigen Erfahrung, als Fan von Overwatch 2 zu sein. Du kannst sehen, dass der User-Score startet, weiter zu fangen. Jemand muss, dass sich aufgängig sein wird. Du hast etwas gebeten, dann hast du es gebeten. Das ist alles, was du tun musst. Lalalalalalalalalalalalalalalalalalala. Overwatch 2 ist tot. Where is all the time spent then? Nun, wenn es die Kampagne nicht mehr gibt, was hat Blizzard in vier Jahren... War die Kampagne wichtig für das Game? Wir haben gerade eben noch hunderte Missionen, PvE-Contents. Aber es ist die Kampagne wichtig. Ich dachte, das wäre auch immer... Also das Einzige, was ich von Overwatch kenne, ist Escort the Payload. Und das war eigentlich immer... Also, wenn dann der Combat cool ist, reicht es ja eigentlich vielleicht sogar aus. No? Nein? Ja? Vielleicht? Das war der Sendingfall von Overwatch 2. Das war der Einzige Grund, PvE-Content. Dann haben sie es gecancelt. Das war die Einzige... Ach so. Okay, jetzt verstehe ich es besser. Entwicklung, dann bitte schön gemacht. How to basic. Copy, paste. Aber hey, wir müssen ein wenig nachsichtig mit Blizzard sein. Immerhin ist das ein kleines Indie-Studio mit gerade mal 20 Mitarbeitern und wenig finanzieller Unterstützer. 2,4 Milliarden! Also, es gibt nach vier Jahren jetzt einen unerwünschten Battle Pass, drei neue Charaktere, ein paar generelle Spieländerungen, ein paar neue Skins und neue Maps. Wobei die meisten neuen Maps einfach nur alte Maps mit anderen Tageszeiten sind. Overwatch 2 takes place six hours after Overwatch 1. Und es ist letztendlich umsonst. Chat, ihr habt es ja gespielt. Ist das echt wirklich? Also, ist das wirklich die Karte Nachtstag und das war der Unterschied, ja? Wirklich? Wirklich? Wie toll war das Game, als es rauskam? Wie toll war das Game? 4 Jahre Entwicklung, by the way, by the way, 60 Euro. Okay, ja. Alte Maps mit anderen Tageszeiten sind. Overwatch 2 takes place six hours after Overwatch 1. Und es ist jetzt umsonst. Natürlich, damit Leute Geld dafür ausgeben. Well, there's no game here. Oder was? Natürlich, damit Leute. Six hours after Overwatch 1. Und es ist jetzt umsonst. Habt ihr gerade gelogen? Oder? Also, hier wurde gerade gesagt, es ist free to play gewesen, Chat. Lügt jetzt gerade Jules oder Io? Oder ist es quasi, nachdem es initial gefloppt ist, dann free to play geworden? Weil es keiner gekauft hat. Es hat damals 50 gekostet, jetzt ist es free. Für PWE waren 60 obendrauf. Es wurde später als free to play. Okay, okay, verstanden. Okay, okay. Okay. Natürlich, damit Leute Geld dafür ausgeben. Well, there's no game here. What happened? Did the programmers pass out? Ah, und sie haben Divas arschgrößer gemacht. Ich nehme alles zurück. Meta-Kritik 10 von 10. Der ganze Hype. Die ganzen Vorbesteller-Pakete. All das, um dann einfach anzukündigen, dass man den PWE-Modus wieder streichen würde. Und jetzt eigentlich nur dasselbe Spiel wieder vorüblich bleibt. Später wurde Overwatch 2 auch als erstes Blizzard-Spiel auf Steam veröffentlicht. Und eigentlich ist sowas ein historischer Tag für die Spielindustrie. Doch jahrelange Frustration, jahrelange falsche Versprechen von Blizzard und die letztendliche Veröffentlichung eines Spiels, was eigentlich nur ein Update ist, resultierte in dem wohl größten Review-Bombing, welches ein Spiel jemals auf Steam erleben durfte. Ich dachte, das größte Review-Bombing war Reforged. Das wurde jetzt nochmal in der nächsten zwei Jahre überboten durch Overwatch 2 oder wie. Oder nur auf Steam. Welcome to Steam-Blizzard. Here are all the honest reviews. Overwatch 2 wurde innerhalb der ersten Tage zum schlecht bewertet zum Spiel auf ganz Steam. Und oh mein Gott, waren die Leute sauer. The people who make Overwatch f***er and work harder than the people who make Overwatch OPBE. Please, odd sex. I hope Bobby Kotick dies in excruciating de- Jesus Christ. Pros, you can play as a monkey. Monkey life is good life. Oh my Gott, that's a link to Team Fortress 2. Off to visit your mother. No. Reveal the censure. I don't know which Blizzard she's words as players as female employee. Yo. Overwatch may be free to play now, but it's also free to uninstall. Porn. Porn. Weisheit von Johnny Sims. Oh man. Yo, what? I have seen more porn than actual gameplay. I'm doing my part. Okay, wichtige Frage jetzt. Hat League of Legends auch so eine Porn-Community, die ich auch noch nicht gemerkt habe? Oder ist es actually anders als Overwatch? Weil wir nicht so 3D-Modell-mäßig reinzoomen können. Ja? Und wieso kriege ich davon nichts mit? Ja? Und wie? Und ich kriege mal deswegen nicht mit, weil das quasi, Riot kann ihre Plattform ja selbst zensieren oder wie? Weil das ja nicht auf Steam ist oder was? Weil also, wenn ich Reddit durchgehe, dann sehe ich das null. So League of Legends Frontpage Reddit hat ab und zu mal so ein paar sexy Cosplays. Safe. Aber das hört ja hier Teil von allem, also zumindest wird es im Video so dargestellt. Weiß nicht, ob es echt ist, aber ihr scheint ja damit zu agreeen. Ja, Rule 34 ist mir natürlich, I mean, obviously, das ist mir klar. Aber ich meinte jetzt so Teil der Mainstream-Wahrnehmung. Weil, wie es liegt für mich, liegt, also vermarktet sich für mich hauptsächlich, für mich, um mich zu erreichen, über E-Sports. Und ich habe das noch nie so mitbekommen, dass, mir ist klar, dass Games extrem sexual ist, werden sowohl männliche als auch weibliche Charaktere. Aber dass es so krass ist, äh, sowas geht halt nicht auf einem Riot-Forum, weil es kein Riot-Forum mehr gibt, I guess. Interesting. Und dann geht ja Amaya für den Sub. What? I have seen more porn than actual gameplay. I'm doing my part. I'm doing my part. I'm doing my part. Sex with Doomfist would be so cool. Hello, Winston. Erko. Downloaded the game, write a bad review, uninstall the game. Mit einem All-Time-Low-Play-Account und einem Steam-Review-Bereich, der einem Schlachtfeld glich, antwortete Blizzard mit der einzig vernünftigen Lösung. Die Charaktere Farrah und Baptiste sind jetzt gay und stolze Member von LGBTQ und Mercy kriegt einen freizügigen Skin. Do you think Blizzard has these skins lying around, just in case they get into a new controversy? Team Fortress-Spieler haben das Review-Bombing auf Steam gesehen und sich neben einer rasant ansteigenden Spielerzahl auf ihr Jahre altes, update-loses, immer noch extrem beliebtes Spiel sehr schadenfreudig über Overwatch-Spieler lustig gemacht. Ah ja, und neben einem John Cena-Trailer zur Wiedergutmachung, ich kann ihn nicht sehen, gab es natürlich dann das generische, es tut uns so leid. Wir können die Zeit leider nicht zurückdrehen, Statement. Und dann kündigte man an, dass man über die nächsten Monate Stück für Stück Content hinzufügen möchte. Juhu. Danke Blizzard, dass wir eure Beta spielen dürfen. Und so landen wir beim aktuellsten Titel von Blizzard, Diablo 4. Nun, das Spiel hat die Leute gehypt, als es angekündigt wurde. Dennoch war die Glaubwürdigkeit von Blizzard ein wenig weg. Diesmal gab es für den Hype eine Werbung von Megan Fox mit Ausschnitt, um die ganzen Game abzuholen. If there's one thing I love, it's... Vanilla, Schoko, Schoko, Vanilla. Die Paula ist ne K... Eine vielversprechende Ankündigung auf der BlizzCon. Red, Diablo, yeah. Und dann kam das Spiel raus. Und es ist definitiv kein schlechtes Spiel. Es ist einfach nur sehr trocken und seelenos. Es hat hier und da seinen gewissen Charme. Doch merken alle Spieler, dass es bei dem Titel nicht mehr um das schöne Diablo-Feeling von damals geht. Und das macht sich auch bemerkbar. Es kam Wochen nach dem Release ein Patch, welcher als der schlechteste Gaming-Patch aller Zeiten betitelt wird. Number one, everything is worse. Number two, everything is harder. Number three, everything you were doing, now you have to work harder to do it again. Number four, fixed multiple issues where players were having fun. Fixed multiple issues where players were excited, reduced player base by 70%. What the hell has happened to Blizzard? Und der Glitch, wo das Pferd die ganze Zeit vor sich hin legt, wurde immer noch nicht behoben. Bitte Blizzard, tut etwas. Nachdem Leute sich das Spiel geholt hatten, Blizzard mit neuen Rekordzahlen ordentlich abcashen konnte, hörten die meisten relativ schnell wieder auf zu spielen und Diablo 4 ist heute so gut wie tot. Und das in Rekordzeit. Und so sind wir in der Gegenwart angekommen. Doch nein, die Story hört hier noch nicht ganz auf. Denn nicht nur die Spieler sind ganz schön angepisst von Blizzard, sondern auch Tencent. Im Januar 23 wurden die Server in China für alle Blizzard-Spiele geschlossen. The end of Benira, everybody. If you're a WoW-Player over in China, you just got fucked, man. Aber Chad, educate mich mal ganz kurz, okay? Wie geht das so einfach, dass der Erfolg davon so riesig ist, das Game dann direkt stirbt? Und auch nach vorangegangenen Skandalen die Leute nicht neu adaptiert haben? Why? Why? Nicht nur so eine Antwort geben wie sowas wie Menschen, die sind dumm. Das ist nicht ausreichend als Antwort. Hype und Abfall, Hoffnung. Oh, Hoffnung ist echt eine gute Antwort, no? Weil das habe ich in League ganz viel, dass ich mich wieder so fühle auf Toplane wie damals. Die Hoffnung darauf, dieses Gefühl, diese Emotion wieder zu spüren. Und für diese Emotion würde ich auch viel Geld ausgeben, wenn ich die in Form von Diablo wiederkriegen würde, wenn ich das mit Diablo aus der Ziererstadt mit League. Zu schnell durchgespielt. Werbung und Marketing. Die Werbung für Diablo war sehr Hype. Safe. Ich wollte das Game damals auch spielen. Ich habe mir auch einen Key geholt oder zugesendet bekommen sogar. Und dann das Game auch sogar gespielt für wie eine Stunde oder so. Da hatte ich direkt keinen Bock, weil ich habe noch nie in meinem Leben Diablo gespielt. Das war das erste Mal. Habe mich überhaupt nicht abgeholt. Aber angenommen, ich hätte dieses Gefühl wie mit League, dann hätte ich das safe gesuchtet und vorbestellt. Maybe nicht vorbestellt. Ich habe in meinem Leben noch nie ein Game vorbestellt. Bis ich Cyberpunk vorbestellt habe. Und das war absolut terrible bei Release. Und seitdem habe ich meine Lektion gelernt. Ich hätte eingenommen, dass es vielen anderen auch so geht. Weil ich war richtig Hype auf Cyberpunk. Das war das einzige Game jemals. Ich habe mich gerade selbst mit dem Ding hier geschlagen. Und dann war es aber auch Gucci. Und irgendwie scheint es ja bei Blizzard Jahr nach Jahr neu zu sein. Sei es mit Reforged, Immortal, Overwatch 2 oder auch jetzt mit Diablo 4. Das ist ja komplett verrückt. Dass es einfach so easy klappt. Und irgendwie, ich mag die Antwort nicht. Die reicht mir, wenn ich mit Menschen sind. Ich wollte mal fragen, wie der neue Merch versendet wird. Der Merch, der auf der Webseite kommuniziert. In so zwei Wochen wird er versendet wahrscheinlich. So in dem Dreh. Mittlerweile ist Cyberpunk eines der geilsten Spiele. Ich habe Cyberpunk komplett durchgespielt. Ich habe das DLC noch nicht gespielt. Und ich habe Cyberpunk auch actually sehr enjoyed. Aber es vorzubestellen, habe ich bereut. Also es war nicht gut. Ich habe Cyberpunk extrem enjoyed. Aber vorzubestellen, habe ich Billreuth. Aber das Game ist trotzdem geil. Aber erst einige Monate später. Es war halt nicht fertig zu release halt. Was soll ich sagen? Ich glaube, da können auch Cyberpunk ganz happy sein, dass sie den Anime da hatten, der es nochmal neu gehypt hat. Dass es nochmal mehr Leute sich dem Game eine Chance geben. Als dann dieser Netflix-Anime kam. Ja, verrückt. Okay, ich mag eure Antwort nicht. Aber den Hoffnungsaspekt, der Antwort, den fühle ich. Weil den kann ich in mir selbst sehen. Das habe ich mit League in sehr vielen Tagen ebenfalls. Aber ich weiß nicht, ob ich dafür regelmäßig 60 Euro ausgeben würde. Um eine weitere Runde Solakur zu starten oder so. Ist natürlich jetzt nicht ganz vergleichbar. Aber ihr wisst, was ich meine. Also ob ich Geld ausgeben würde, um dieses Gefühl zu mir erhoffen, dass ich es mir kaufen kann oder so. Da man sich nicht auf eine Vertragsverlängerung einigen konnte und Blizzard zu viel Geld verlangen würde. Für die jahrelangen WoW-Spieler aus China war das natürlich eine schreckliche Nachricht. Spieler gingen teilweise in Tränen auf und schlossen mit einer riesigen Abschlusszeremonie mit dem Spiel ab. Und so sind auch die Steam-Reviews von Overwatch 2 primär in Chinesisch geschrieben. Weil Gamer in Asien auf irgendeine Weise ihren Frust auslassen wollen. Bobby Kotick, deine Matratze ist hart. Deine was ist hart? Bobby Kotick, deine Matratze ist hart. Deine Matratze ist hart? Bobby Kotick, was ist hart? Ihren Frust auslassen wollen. Bobby Kotick, deine Matratze ist hart. Deine Mutter ist tot? Oh! Okay. Okay. Und das ist irgendwie der Unterschied zwischen Europa und auch Korea. Maybe auch China. In Europa werden die Mütter irgendwie von COD-Kindern gefickt. Und in Korea und so, Mom goes guy. Und jetzt ist Mutter tot. Das ist irgendwie ganz verrückt. Dieser kulturelle Unterschied. Und deswegen funktionieren koreanische E-Sports-Imports nicht in Europa. All das ganze Bücken für China, das Verbiegen und Rufruinieren für das große Geld, sorgte trotz allem am Ende dafür, dass Blizzard heute ganz alleine dasteht. Ohne Fans und ohne chinesische Investoren. Die chinesische Firma NetEase ist sogar so sauer auf Blizzard, dass nicht nur das komplette Gebäude aufgegeben wurde, sondern man auch aus Wut einen 30.000 Zuschauer Livestream präsentierte, in dem NetEase-Mitarbeiter die riesige Org-Statue vor dem Gebäude mit Äxten niederschmetterten. Das geliebte Blizzard Entertainment war mal mit Abstand der großartigste Spielentwickler aller Zeiten und ist heute nur noch ein sinkendes Schiff. Es geht schon lange nicht mehr darum, gute Spiele zu entwickeln. Und das merken auch die Entwickler selber, die schon seit Jahren Teil der Firma sind und springt Stück für Stück vom Schlachtschiff Blizzard runter. Es gibt in der antiken Philosophie ein berühmtes Paradoxon. Das Schiff von Teso es berührt die Frage, ob ein Gegenstand seine Identität verliert, wenn viele oder gar alle seine Einzelteile nacheinander ausgetauscht wurden. Nun, Overwatch-Director Jeff Kaplan verlässt Blizzard. J.L.M. Brick verlässt Blizzard. Äh, aka, you're fired! Der Diablo 4-Director verlässt Blizzard. Fast alle großen Namen und Lead-Entwickler, die schon seit Jahren das Herz der Firma repräsentieren. Aber wenn die alle gerade geliebt sind, hat er doch gerade im Video davor geflamed, oder? Der Diablo 4-Entwickler war ja scheinbar nicht gut dabei, wenn das Video-Game so kacke war. Der Overwatch 2-Typ ja scheinbar auch nicht. Also ist es jetzt schlecht, dass die alle gehen? Ich dachte, die sind alle doof. Ich habe sie gerade kennengelernt, mir wurde gesagt, sie sind doof. Wenn es jetzt alle geht, ist es jetzt schlimm? Der Jeff Kaplan verlässt Blizzard. I'm gonna translate the fuck out of this company. J.L.M. Obwohl dieser Stream mit 30 kann zuschauen, wo er nichts macht, das ist schon sehr alpha. Aber, ja. Jeff war Overwatch 1. Okay, also ein paar von denen sind nicht, sind Legenden. Okay, okay. Jack verlässt Blizzard. Äh, aka, you're fired! Der Diablo 4-Director verlässt Blizzard. Aber ich dachte, der ist jetzt doof, ja? Okay, okay. Hallo. Alle großen Namen und Lead-Entwickler, die schon seit Jahren das Herz der Firma repräsentieren, verließen Blizzard. The ship is falling apart. Zwei der College-Typen, die die Firma gegründet haben und jahrelang mit aufbauten, sind nicht mehr Teil der Firma und entschieden sich dazu, ein kleines Studio woanders zu gründen mit einigen bekannten Ex-Blizzard-Mitarbeitern, um Spiele nach ihrem Willen zu entwickeln. Im Oktober 2023 hat Microsoft Blizzard nach jahrelangen Verhandlungen für unfassbar viel Geld übernommen. The Microsoft-Blizzard-Saga has come to a close. So, this is home now. Family. Bobby Kotick verlässt mit dem Anfang des nächsten Jahres deutlich reicher endlich die Firma, nachdem er jahrzehntelang einer der leidenschaftlichsten Videospielentwickler komplett im Alleingang in den Ruin gestürzt hat. Der Ruf der Firma ist ruiniert. Die Spielerzahlen sind rapide am sinken, während Konkurrentspiele das erste Mal in der Geschichte die großen Blizzard-Titel überholen. Me and the boys in World of Warcraft. Me and the boys in Final Fantasy. Die YouTuber, die Blizzard-Spiele als Content hatten, hörten auf oder suchten sich andere Spiele für ihren Content. Die Overwatch-League wurde wegen mangelnder Interesse gecancelt. Kommentarsektionen unter Blizzard-Videos sind unglaublich toxisch geworden. Blizzard versucht jetzt noch mit steigender Monetarisierung die Spieler so gut zu melken, wie es nur geht, um noch den maximalen Profit rauszuschlagen. Doch das Einzige, was Blizzard jetzt noch gut verkaufen kann, ist Nostalgie an eine schönere Zeit. Und ehrlich gesagt, ist das ein Muster, welches sich heutzutage durch die verschiedensten Spiele- und Videospieleentwickler zieht. Und was durch den Microsoft-Deal die nächsten Jahre mit der Firma passieren wird, steht wohl in den Sternen. Doch eine Sache ist klar. Activision Blizzard, wie wir es jahrelang geliebt zu lernen haben, wird es in dieser Form niemals wieder geben. Let Blizzard go. That's my main message. Let Blizzard go. We just wanted to make great games. It was really as simple as that. Our goal to be a company that does the most incredible gaming experiences, that develops those and creates those. Everyone here truly loves these products. It's a big deal. Make sure that we stay Blizzard. As long as we remember where our foundation is and what's made us successful, then definitely the future of Blizzard can be very bright. The Assassin's Creed Remix is a big deal. The Assassin's Creed Remix is a big deal. Das ist ein Video, das noch allgemein Popularität und Beliebtheit genießt? Oder ist es nur noch FromSoft, oder? Oder ist es noch ein einziges Game-Studio, das quasi, wo jeder sagt, supi. Nur FromSoft, oder? Riot, oder? Ja, Riot ist honestly, mit allem, was sie anfassen, ist es halt Gold, aber es ist trotzdem Tencent. Aber alles, was Riot macht, funktioniert. Safe. Von Arkane über League über Verderand über TFT, ja. Safe. Aber trotzdem ist es halt, da gibt es trotzdem viele Leute, die sagen, es ist halt Tencent. Da haben sie auch nicht Unrecht. Haben sie nicht Unrecht. Rockstar. Macht nicht Rockstar seit Jahren gar nichts? Und alle hassen sie dafür? Was war das Letzte, was Rockstar gemacht hat? Red Dead Redemption 2 und dann, seitdem releasen sie die ganze Zeit, re-releasen sie die ganze Zeit GTA 5 auf jeder Konsole. Neue Generation für Vollpreis, oder nicht? Da habe ich auch gesehen, dass Leute sich beschwert haben. Intensiv. Weil irgendwie auf jeder neuen Konsole das Vollpreis neu gekostet hat, obwohl das Game nichts Neues war. Also es steht noch FromSoft und das war es, oder was? Aber wie gesagt, ich würde auch wirklich sagen, unabhängig vom Gaming, das hat nichts war mit Gaming zu tun, I think. Das ist ganz interessant innerhalb von allen der Entertainment-Produkten. So, alles ist Nostalgie, alles ist Remake, alles ist Geld ausquetschen. Sei es Harry Potter-Serie, Star Wars, neue Filme, Aragorn-Serie announced, Rings of Power, Herr der Ringe, 50 Milliarden Spider-Mans, 60 Milliarden Batmans, 30.000 Supermans. So, alles ist Remake, Nostalgie, gib mir Geld, alles. Tolkien, alles, was Larian anfasst, ist Gold. Was ist Larian? Kannst du mir ein paar Titel nennen, die das Studio gemacht hat? Ich kenne den Namen nicht. Larian, Baldur's Gate. Ah, okay, cool. Das wusste, okay. Was sonst noch, außer Baldur's Gate? Bei dem Moment habe ich Aragorn gehört, ich hoffe, es wird ausnahmsweise gut. Ja, Paulini soll wohl mitschreiben an der Serie, der soll daran beteiligt sein. Mal gucken, was da kommt. Das ist vielleicht das eine, was in der Kategorie, was ich aufgezählt habe, nicht ganz so stimmt, weil der Film echt scheiße war. Heißt, da ist noch eine ganz große Main-Audience nicht erschlossen worden, wo man sich jetzt vielleicht erhofft, dass die Buchleser werden es auf jeden Fall gucken und dann, ja, die Filmgucker werden es nicht unbedingt deswegen gucken, weil der Film fucking Garbage war, anders als bei anderen Sachen, die ich gerade aufgezählt habe. Passt nicht ganz so rein. Divinity Originals, okay, das sagt mir gar nichts, das kenne ich nicht. Okay, aber gut, Chat, wenn ihr das sagt, interesting. Ja, wow, was eine Doku, eine Doku von ihm ja wirklich, anderthalb fucking Stunden. Jewels Videos immer wieder, absolute Banger, kicken Thumbs up und ihr werdet auf jeden Fall auf seinen Link draufklicken. Ich werde es mir nicht runterladen, aber wir werden den Bromar Supporten auf den Link draufklicken. Das trackt ja meistens die Seite auch, dass über seinen Link angeklickt wurde und, ja, auf PC spielen. Ja, komm, jetzt hoffentlich habe ich seinen Partner unterstützt und ihn auch, den guten Jewels. Banger Videos jedes Mal. Wir haben jetzt auch lange gewartet. Es war irgendwie ein paar Tage drauf Reaktionssperre. Wir haben jetzt drei Wochen gewartet. Ich glaube, das wird okay gewesen sein, bevor wir uns das angucken, denn ich habe auch echt keinen Bock. Also, der Bromar sich da für jeden Klick verdient. Das ist ja so fucking viel Arbeit, das Video zu produzieren. Und es hat ja extrem wilden Flow. Es war ja primär chronologisch geordnet, aber so der Kontroverspunkt des Videos war so die Mitte und am Ende war es dann mehr so wieder mehr lighthearted als in der Mitte. Auf jeden Fall heftig. Sehr, sehr heftig. Das gesamte Video. CD Projekt auch noch. Ja, Cyberpunk war schmerzhaft, aber es ist ja erst mal nur ein Mist-Step, I guess. Daraufhin haben sie ja Witcher 4 angekündigt und seit Witcher 4-Ankündigungen sind wieder alle hyped. Vesemirs Jugend, was hat Lambert gemacht, während Geralt mit Zauberinnen geschlafen hat? War Lambert der Dude mit dem Dingens, mit dem Sukobus oder was? Eskel, habe ich vergessen. Who knows? Schade, dass Zeuge nicht Baldur's Gate 3 spielt, so ein Banger-Game. Chat, würdet ihr Baldur's Gate 3 bei mir gucken? Ich habe das Game nicht noch nie gespielt und noch nie gesehen, richtig. Ich habe eine Stunde bei Maxim, glaube ich, zuguckt, war das? Oder zwei Stunden bei Maxim oder so in dem Dreh. Das Game ist halt, das guckt keinen Schwanz auf Twitch zu. Seid mal ehrlich. Hype ist vorbei, dauert zu lang. Ja, ich hätte es, wenn dann direkt zum Start machen müssen, wenn der Hype da ist. Aber ich bin halt schlecht darin, den Hype mitzunehmen. Ich muss da mehr aufpassen. Ich bin ready für den Elden Ring Hype in zwei Monaten. Wenn das im Februar rauskommt und im Januar announced wird, so die ersten Trailer, schwimmen wir nochmal komplett Elden Ring durch und dann das DLC. Da freue ich mich extrem drauf. Sehr strategisch und sehr langsam. Das habe ich nämlich auch das Gefühl. Denn bei mir klappen auf Twitch meistens Sachen nur dann, wenn sie actually schnell und fast paced sind und interessant zum Zugucken. Nicht unbedingt story-driven auf die Person hinter dem Stream, sondern es geht mehr ums Game und ja. Anyway, finden wir schon dieses Reaction-Videos von Jules. Lasst gerne ein Sub und ein Abo da und abaktiviert die Glocke und so, ne? Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. War ein interessantes Video über Blizzards ganze Geschichte gefühlt. Und ich hoffe auch gut recherchiert. Ich bin, wie gesagt, kein riesiger Blizzard-Inthusias gewesen. Das einzige Game von Blizzard, wo ich wirklich Stunden drin habe, ist Hearthstone. Da habe ich eine Menge Stunden drin. Ansonsten noch ein bisschen Warcraft 3 Stunden, aber nie wirklich WoW, nie wirklich Overwatch. Kein Diablo. Das war ich dann auch. Tolkien, wirst du auch GTA 6 spielen? Ja, ich kann es safe anzucken, klar. Aber es ist ja auch, das ist ja so ein Spiel, das ist ja auch story-driven. Das guckt man ja auch, das spielt man ja auch eher selbst. Oder guckt es so bei Gronkh? Weißt du, was ich meine? Oder bin ich euer Gronkh? Ich würde gerne euer Gronkh sein. Euer Let's Play-Stream-YouTuber-Spieler. Ich würde gerne euer Gronkh sein.